Ab dem 12. Juli haben auch die Deutschen den Durchblick mit der Vision Pro, Apples ersten räumlichen Computer. Der kommt jetzt nämlich dann über den Teich und eben auch dann in die deutschen Apple Stores. Nicht wenige haben vielleicht schon vorbestellt. Und wir werfen in dieser Folge einfach mal einen Blick darauf, welche Erfahrungswerte haben wir jetzt mit den ganzen Monaten gesammelt. Seit Februar ist sie ja in den USA dann erhältlich. Und davor haben wir uns ja auch schon damit beschäftigt, mit der Software. Es gibt natürlich auch den Blick voraus, wie geht es denn weiter. Auch da gibt es erste Anzeichen seit der WWDC. Auch da wollen wir ein bisschen tiefer einsteigen. All das jetzt in Folge Nummer 76 des Mac and i Podcasts. Und damit herzlich willkommen. Ja, Leo, wir haben ja eine Gemeinsamkeit. Wir haben beide Vision Pro gerechte Frisuren schon mal. Also wir sind ja bestens präpariert. Hallo. Hallo Malte. Ja, das ist durchaus von Vorteil, muss man sagen. Es ist gar nicht zu vernachlässigen, weil ich glaube, Leute mit normalen und ernsthaften Frisuren sind tatsächlich so in einem kleinen Dilemma. Also gerade je nachdem, welches Kopfband man verwendet, ist es nicht so von Vorteil. Möglicherweise ist es von Vorteil, weil es ein bisschen puffert und vielleicht das Gewicht noch besser verteilt, wenn man so eine richtige Haarbracht hat. Aber ansonsten fährt man natürlich besser. Also bei mir war es sehr einfach und sehr praktisch, weil da lässt sich nicht viel durcheinander bringen. Also wenn ich an diesen Spinnen-Bug denke, wo es ja so war, dass jemand da so 3D-Dateien eingeschleust hat auf Internetseiten, dass plötzlich der Raum voller Spinnen war, dann ist aber wahrscheinlich so eine Langhaarfrisur eher hinderlich, wenn du dir schnell das Headset dann vom Kopf reißen möchtest. Ja, oder vielleicht wieder gut, weil dieses schnelle vom Kopf reißen kann ja auch irgendwelche Nebeneffekte haben, wenn es dann am Boden landet, die vielleicht unerwünscht sind. Aber dann ist man halt mit Spinnen gefangen, mit virtuellen Spinnen zumindest. Aber die sahen schon auch ziemlich fies aus. Also es war eine interessante Schwachstelle, die da veröffentlicht wurde. Und diese Idee, dass du in der virtuellen Realität auf eine komische neue Form von Schwachstellen treffen kannst, die dich praktisch persönlich erwischt, weil du halt Angst hast oder Aufregung im eigenen Körper auslöst und nicht einfach nur einen Bug im Computer auslöst, fand ich schon eine sehr nette Geschichte, die dieser Sicherheitsforscher da aufgefahren hat. Ja, auf jeden Fall bemerkenswert. Ja, neue Plattformen, neue Arten von Schwachstellen gibt es da sicher auch zu bedenken. Aber auch hilfreich erst mal darauf zu kommen. Also das ist, glaube ich, auch das Interessante an diesem Bug oder an dieser Lücke, dass da eben jemand drauf gestoßen ist und wusste dann gleich, wie man das so ein bisschen effektvoll dann in Szene setzt. Also es war gewisserweise ja schon fast ein künstlerischer Akt, das dann eben zu machen. Bevor wir einsteigen in das Thema, wie viele Vision Pros hast du jetzt bestellt? Bestellt habe ich null. Ich bin ja immer noch, ich wollte die eigentlich aufziehen, habe ich vergessen, für die Zuschauerinnen auf YouTube zumindest, den Beweis. Ich habe hier noch eine greifbar liegen. Ich war ja in der glücklichen Situation natürlich immer wieder hier Zugriff auf die sozusagen, die Vision Pro des Hauses zu haben, die ja bei uns in Hannover seit Februar halt herumschwirrt und damit auch über längere Zeiträume halt immer mal diese, die Hardware und die neue Plattform halt einfach auch ausprobieren zu können und so zu schauen, wie passt die halt in meinen Alltag und wie ist das so, wenn man die einfach so rumliegen hat und als Option eben besitzt. Persönlich glaube ich, kann ich sehr klar sagen, die Vorstellung 4000 Euro aufwärts dafür jetzt auszugeben, erschien mir nicht sonderlich reizvoll. Also es ist ja eine interessante Frage, wie man diesen Preis einstuft und womit man ihn vergleicht. Also ich meine ganz klassisch ist, wenn du ihn mit einem Arbeitsgerät wie dem MacBook Pro vergleichst, du kriegst ein ziemlich hochgerüstetes MacBook Pro für 4000 Euro, wo du glaube ich sehr klar weißt, was du davon erhältst, wo du das auch irgendwie einschätzen kannst, ich verdiene damit mein Geld, ich arbeite damit jeden Tag so und so viele Stunden und das bringt mir praktisch Geld und damit ist glaube ich die Rechnung sehr klar. Ich brauche auch kein 4000 Euro MacBook Pro, um meine Arbeit zu erledigen, aber es ist natürlich sehr einfach verständlich, wenn Leute sagen, ja ich brauche halt eine bestimmte Leistungsstufe und dann kaufen die sich halt einen Computer zu diesem Preis. Dann hast du halt die Entertainment-Ecke. Also ich meine, man findet wahrscheinlich auch genug Leute, die sagen, ja mein Fernseher hat vielleicht doch auch ein paar tausend Euro gekostet und halt nicht irgendwie 700 Euro. Und da ist natürlich auch ein interessanter Vergleich, weil die Vision Pro, da kommen wir später ja auch dazu, in diesem Entertainment-Bereich durchaus was zu bieten hat, solange du halt als Einzelperson schaust, ja für dich. Und dann kann man wiederum sagen, okay, das war ja auch ein Vergleich, den Apple schon im letzten Jahr gezogen hat, diesen Vergleich mit Heimkino. Das war ja einer ihrer eigenen Milchmädchen-Schönrechnungsvergleiche, so hey, wenn du halt einen teuren Fernseher hast und eine Soundanlage, Soundbar und allen Kram, dann zahlt es halt genauso viel. Und das ist per se nicht verkehrt, aber es ist halt trotzdem auch nochmal, es ist trotzdem nochmal eine andere Art von Objekt und dann wahrscheinlich auch eine andere Art, Filme und überhaupt Medien zu konsumieren, ohne das gleich werten zu wollen. Aber das Problem, das Basisproblem für mich ist, dass ich einfach trotz der Zeit, die ich jetzt mit dem Gerät verbracht habe, mit der Vision Pro verbracht habe, dass ich nicht so einen richtigen, sie hat viele faszinierende und spannende Elemente, aber ich habe trotzdem keinen Ort in meinem Computerleben gefunden, wo die so richtig Einzug gehalten hat. Und dafür ist dann die Frage, will ich halt 4000 Euro für ein Gerät aufgeben, was ich vielleicht ein paar Mal pro Woche benutze, um halt vielleicht mal abends eine Serie zu schauen. Ich meine, ja, also wer 4000 Euro einfach rumliegen hat und sagt, das ist jetzt auch wurscht, ich weiß nicht so recht, was ich mit diesen 4000 Euro machen soll, dann ist es natürlich auch egal. Aber wenn man das irgendwie versucht, diesen Preis in irgendeine Relation zu setzen oder für sich persönlich zu rechtfertigen, ich habe nie geschafft, irgendwie diesen Preis zu, Preis irgendwie jetzt eine klare Relation für mich zu finden, wo ich sagen würde, ja okay, die 4000 Euro, die sind gut investiert in irgendwas. Das war ja schon recht umfassend und eigentlich könnten wir den Podcast an der Stelle schon beenden. Ja, es war so ein kleines Vorabfazit. Nein, aber ich kann eigentlich alles nur unterschreiben, was du sagst von den Eindrucken, weil das sind auch so Gedanken, die mich auch bewegt haben. Ich habe auch keine bestellt, um es mal zu sagen, weil ich habe sie zwar nicht so intensiv genutzt wie du jetzt, aber ich habe sie jetzt auch bei mehreren Gelegenheiten aufgehabt und ich bin technisch von diesem Gerät sehr fasziniert. Ich bin auch mit dem Preis nicht so hart im Gericht, wie manche das sind, weil Apple-Geräte der ersten Generation, da durfte man häufig nicht so sehr auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis achten. Wenn man an das erste iPhone denkt, das nur Edge konnte und kein 3G, das war für mich damals der Grund eben abzuwarten, bis das iPhone 3G da war, weil es einfach der Preis und die Bedingungen damals mit dem Tarif waren absurd, wenn man in Kauf nimmt, dafür nur Edge zu bekommen. Und trotzdem war es ein hochgradig die Welt veränderndes Gerät und auch ein Gerät, was ja nun etwas ganz Großes eingeleitet hat. Ähnlich übrigens mit dem MacBook Air. Man erinnere sich, die Kompromisse, die man beim ersten MacBook Air zugunsten Ultramobilität machen musste, schien dermaßen groß bei einem unverschämt hohen Preis, dass viele das ja auch schon dann abgesagt haben, also den Abgesank eingeleitet haben. Und was war am Ende? Ja, am Ende hat sich diese Bauform, das Unibody-Design und vieles, was mit dem MacBook Air verknüpft ist, ja in der ganzen Branche durchgesetzt. Also so gesehen bin ich jetzt nicht so bei den Vision Pro-Pessimisten dabei. Trotzdem der Punkt der Mixed Reality, und das hat gar nichts mit Apple im Speziellen zu tun. Das Problem ist aus meiner Sicht, viele technologische Innovationen gehen fließend in unseren Alltag über. Es gibt ein Bedürfnis, wo sie einfach so natürlich einfließen. Und die Mixed Reality hat ja generell den Hemmschuh, du musst in diese andere Realität erstmal eintauchen. Klar, die Menschen spielen auch Spiele, wo sie ja auch, sag ich mal, um sich herum alles vergessen, sondern in diese Spielwelt eintauchen. Aber die Vision Pro will ja salonfähig machen oder Mixed Reality Headsets generell wollen es salonfähig machen, dass ich über weite Strecken des Tages bei vielen Dingen meines digitalen Alltags eben in diese virtuelle Welt reingehe, dieses die Umgebung abschottende Gerät sozusagen aufsetze. Und Apple hat ja nicht ohne Grund sehr viel Augenmerk darauf gelegt, auf die Frage, wie können wir es gestalten, dass es nicht abschottend wirkt. Und ich glaube, sie sind da sicherlich auch weiter als alle anderen in der Frage. Trotzdem bleibt diese Barriere. Trotzdem habe ich ja dieses Riesending auf dem Kopf und merke das die ganze Zeit. Und irgendwie ist es nicht meine Realität, auch wenn ich da durchgucken kann. Also ich glaube, das sind so erste Erkenntnisse über die Herausforderungen, die damit einhergehen, wenn man mal jetzt so über diesen ersten Moment der technischen Faszination hinaus ist. Und ich glaube, das sind auch die fast noch viel dickeren Nüsse, die Apple knacken muss. Also natürlich müssen sie gucken, wie kann man das miniaturisieren? Schreitet die Technik schnell genug voran, um das, sag ich mal, auch weiterzubringen, dieses Genre? Aber gleichzeitig diese Frage, ist die Gesellschaft bereit? Will die Gesellschaft das wirklich so in diese neue Art des Computings einzutauchen, die sie auch eingerufen haben? Das ist auch noch eine spannende Wette auf die Zukunft. Ja, vielleicht auch, ja, also nicht nur die gesamte Gesellschaft. Ich meine, wir sind jetzt durch das Smartphone, was halt so einen Durchmarsch insgesamt hatte und praktisch überall angekommen ist, sind wir natürlich so ein bisschen gewohnt, dass neue Plattformen praktisch auch überall ankommen müssen am Schluss. Und das ist vielleicht ein so einzigartiges Ereignis, was das Smartphone von allem anderen halt abhebt, was es so vorher nicht gegeben hat. Und wer weiß, ob es das halt nachher noch, also was ist nach dem Smartphone, gibt es dieses nach dem Smartphone überhaupt und was kommt da nach diesem Smartphone? Das ist ja auch eine der großen Fragen, die offensichtlich Apple auch umtreibt und sicher auch in diese Entwicklung dieses Headsets natürlich mit reinspielt. Ja, warum hat Apple sich irgendwie jahrelang und wer weiß, wie viele Milliarden Dollar dafür aufgewendet, um dieses Headset halt zu entwickeln und als neue Plattform auf den Markt zu bringen? Zumal man zumindest hoffen sollte, dass sehr intern viele der Probleme, die jetzt in den letzten Wochen und Monaten diskutiert wurden, ja schon auch gesehen wurden. Also wenn Apple irgendwie davon ausgeht, dass da alles fantastisch und hurra ist mit der Vision Pro, dann wäre das sehr schlecht. Also wenn da intern nicht auch klar ist, okay, das ist wirklich, wir sind an einem sehr, sehr frühen Zustand mit dieser, insgesamt mit dieser Plattform und zwar auf so vielen Ebenen, also sowohl was die Hardware, da kommen wir auch gleich zu, was die Hardware spezifisch angeht, aber natürlich eben auch, also was insgesamt die technische Seite angeht, aber auch was die Software Seite angeht und halt praktisch auch die, wenn man so will, kulturelle und Alltagsseite, die du gerade schon angesprochen hast, dass wir uns halt in diese Welt begeben müssen. Und auch wenn wir die Umgebung durchsehen, wie viel sieht die Umgebung uns und was bedeutet das? Und selbst wenn man irgendwelche albernen Augen draußen hat, die halt digital abgebildet werden, ist das wirklich hilfreich. Und dafür sind sie ja super viele Kompromisse eingegangen, die sozusagen sich negativ auf die Hardware ausgewirkt haben. Also dieses Außendisplay ist eigentlich Irrsinn. Ich meine, das ist auch eine Diskussion, die wir schon im Februar geführt haben. Aber es ist halt trotzdem, es ist drin gelandet und es war Apple sehr wichtig. Und natürlich haben sie sich, aber war das ein riesen Gesprächsstoff-Element und sie haben sich damit klar abgehoben. Aber ich meine, hat, also ich meine, vielleicht, da kommen wir auch am Ende sicher nochmal zu, aber hat sozusagen eine nächste Generation, ist dieses Außendisplay etwas, was wirklich essentiell für das Produkt ist? Ich bin mir nicht so sicher. Das ist eine sehr berechtigte Frage. Und wir haben das ja auch bei anderen Apple-Produkten gesehen, dass es da so Wetten auf die Zukunft gab, die am Ende dann auch schnell wieder verschwunden sind. Also die Apple Watch enthielt ja zum Beispiel viele Elemente, die nicht wiedergekommen sind. Auch die, die jetzt witzigerweise so in der Vision Pro sich wiederfinden. Also auch bei der Vision Pro hast du dieses eigene Tab, um Leute zu kontaktieren. Das war bei der Apple Watch ja auch erst so ein großes Ding. Ja. Diese Verbindung herzustellen, diesen digitalen Heartbeat rüberzuschicken, diese Scribbles zu machen, solche Sachen. Also Apple ging damals eben auch davon aus, dass man bestimmte Dinge damit durchsetzen kann oder dass die eben opportun sind bei den Nutzern. Und am Ende waren es nachher ganz andere Sachen, die dann den Durchmarsch gemacht haben und die diese Produktkategorie zum Erfolg geführt haben. Also um nochmal Fitness zu nennen. Ich glaube, das war am Anfang, war das in Cupertino eher so als lustige Spielerei so angesehen worden, dass man da eben jetzt dann Fitness-Tracking machen kann. Das hat ja dann später eine ganz andere Ernsthaftigkeit dann bekommen mit den künftigen Software-Versionen. Und dafür sind halt andere Dinge dann eben wieder verschwunden. Aber wir wollen nicht über die Apple Watch hier sinnieren. Lass uns mal einsteigen. Wir sind ja eigentlich schon mittendrin. Und wir touchieren mal so ein bisschen die Punkte jetzt unter dem Gesichtspunkt Langzeiterfahrung. Ja, wir haben ja den großen Vorteil bei Heise, dass ja eben zwei Geräte hier eben den Eingang gefunden haben. Schon im Februar, als es in den USA losging, werden jetzt andere Medien jetzt ja gerade auch zum Erstverkaufstag jetzt das neu entdecken werden. Die Apple Vision Pro für uns ist ja schon ein alter Hut. Aber umso besser können wir natürlich jetzt auch schon ein wenig tiefer einsteigen und sind nicht mehr geblendet so durch die ersten Faszinationen. Los geht's mit, ja, das ist ja auch ein Punkt, über den viel diskutiert wurde und möchte nicht wissen, wie viele Tafeln Schokolade dagegen gehalten wurden, um das mal so zu visualisieren. Das Gewicht. Die Vision Pro ist ja nun keine Feder. Und obwohl sie ja den Akku ja extern dran hat, also an einem Kabel und nicht im Headset integriert, wie das zum Beispiel die Quest 3 macht. Wie siehst du denn auf das Thema, auf das Aufregungsthema Gewicht jetzt mit so ein bisschen Abstand und vor allem vielen Erfahrungen? Ich glaube, es war zu Recht ein Aufregerthema, weil es ist ja per se sozusagen in der Welt der Headset, Headset ist ja die Vision Pro nicht irgendwie das allerschwerste Headset, was der Markt so hergegeben hat oder hergibt. Aber es ist halt, das hilft halt einem dann auch nicht, wenn man diese gut 500 Gramm halt auf der Nase balancieren muss oder irgendwo auf dem vorderen Teil seines Gesichtes. Und ich meine, immerhin auch Apple war schlau genug, da eben zwei Bänder beizulegen. Und Kopfformen sind so unterschiedlich von Menschen. Jeder muss sich da raussuchen, was besser für ihn passt und wie er das am besten irgendwie vom Gewicht verteilt. Und man sieht ja auch, dass sich da so eine ganz kreative Szene gebildet hat mit wildesten Elementen von Halterungen, die dann halt sich andere Bandkonstruktionen bauen. Und natürlich gibt es auch einen kleinen Zubehörmarkt von Drittherstellern, die da teilweise absurde, teilweise auch wahrscheinlich relativ nützliche Formen von Zusatzbändern entwickelt haben und auch verkaufen. So typisch halt irgendwie kannst du dir über Amazon halt bestellen. Und manche mögen sinnvoller sein, manche weniger sinnvoll. Und da muss man natürlich was finden, was dann an die eigene Kopfform passt. Und es unterstreicht halt, wie kompliziert dieses Produkt ist, weil wir halt als Menschen alle so individuell sind. Und da war die Apple Watch, war ja damals schon eine Riesendiskussion über Wearables. Weil ich meine, letztlich ist das ja dieselbe Gerätekategorie. Die Wischenpro ist auch, also fällt halt natürlich auch rein. Aber die Apple Watch ist da relativ simpel, weil man schnallt sie sich als Handgelenk und dann ist sie einem vielleicht zu klein, vielleicht zu groß. Aber das ist alles relativ einfach noch. Und dann Band. Und das war ja damals auch eine riesen, bei der Apple Watch, wir sind schon wieder bei der Apple Watch gelandet, aber auch eine riesige Diskussion. Ja, wie werden die Leute irgendwie das anprobieren? Und da gab es ja albern im Vergleich, wenn man sich es heute anüberlegt. Und man überlegt, was bei der Wischenpro halt alles zu beachten ist, als schon beim Bestellprozess, wo man diesen Scan durchführen muss, seines Gesichtes, um halt das richtige Band und Licht, ich glaube auf Deutsch nennen sie es Lichtdichtung. Das ist ja ein wunderschönes deutsches Wort, dieses Element, was man da direkt auf dem Gesicht trägt. Auf Englisch ist es, glaube ich, Light Seal, das Lichtsiegel. Das haben sie dann zur Dichtung gemacht. Wir sind doch irgendwie die Sprache der Dichter und Denker. Da fällt auch die Lichtdichtung drunter gefallen. Ja, zumindest in dem Bezug. Aber ich würde noch einen Vergleich zu einem anderen Wearable ziehen, wo auch schon viele Diskussionen da waren und was zeigt, wie schwierig es ist, Produkte herauszubringen, die direkt am Körper anliegen. Das sind die Airpods. Also das reißt ja bis heute nicht ab, obwohl wir ja nun verschiedene Airpods-Varianten haben. Einerseits ja nun die Pro mit dem anderen Aufsatz beziehungsweise mit den Silikonaufsätzen. Wir haben die reinen Airpods ohne Aufsätze und man hat ja am Ende sogar noch die Airpods Max, die man jetzt so over-ear dann machen kann. Trotzdem immer wieder Diskussionen bis heute über eben, dass einige sagen, mir schmerzt es, mir passt es nicht. Und das zeigt ja, die Herausforderung bei einem Headset ist ja ungleich größer, weil du ja verschiedenste Gesichtspartien damit dann hineinziehst. Also der Ton mit den Ohren ist auch wieder mit dabei. Vor allem aber die Augen mit der Abdichtung und ja, die Passform generell am Kopf. Ich meine, Köpfe sind extrem unterschiedlich. Das ist natürlich ja eine generelle Herausforderung. Es geht jetzt ja fließend eigentlich über, wenn wir über das Gewicht sprechen, zu der Frage des Aussehens. Da muss ich ja sagen, ich finde schon, dass die Vision Pro jetzt auch so mit ein bisschen Distanz halt sich schon durch ihr schöneres Aussehen abhebt, ihr wertigeres Aussehen vom Wettbewerb. Also ich meine, das ist einem richtig erst bewusst geworden, was ja Meta zum Beispiel für Plastikbomber da unters Volk bringt, wenn man jetzt eine richtig schicke Vision Pro daneben sieht. Und trotzdem, trotzdem muss ich sagen, skurril finde ich es immer noch. Also ich finde es sowohl skurril, andere Leute mit einer Vision Pro zu sehen, ich finde es aber noch skurriler, mich selber mit einer Vision Pro zu sehen. Und das ist auch ein Unterschied zu den Airpods. Bei den Airpods haben wir auch alle geäst, von wegen Zahnbürstenköpfe und da werden wir uns nie dran gewöhnen. Nach drei Wochen sprach, oder vielleicht am längeren Zeitraum, sprach kein Mensch mehr darüber, über das Aussehen der Airpods. Heute ist es völlig akzeptiert, wenn Leute mit diesen kleinen weißen Stäbchen überall in den Bussen und Bahnen sitzen. Klar, Faktor Masse macht auch noch etwas aus. Ich glaube aber trotzdem, dass die Gewöhnung an das Design eine andere war und dass die Vision Pro dieses Okkupieren des Gesichtes und die Größe doch irgendwie schwerer verdaulich sind in der Anpassung, dass man sagt, okay, das gefällt mir richtig gut. Weiß nicht, oder siehst du das anders? Das Problem ist halt, dass wir über diese, also die Vision Pro kann vom Design her so schick und edel sein, wie sie möchte. Sie bleibt halt trotzdem ein relativ absurder Fremdkörper, den man sich da einfach auf den Kopf schnallt und auch vor die Augen halt schnallt. Und das löst halt auch dieses, also ich empfinde sie auch, wenn ich sie praktisch auf dem Tisch als Hardware-Objekt anschaue, dann denke ich auch, dass das insgesamt ein relativ faszinierendes Stück Hardware so unter der Gadget-Kategorie ist. Das sieht halt natürlich, sieht die ganz anders aus, als jetzt irgendwie so ein Plastik-VR-Headset, was wir sonst kennen. Aber ich weiß halt nicht, ob damit was gewonnen ist, unterm Strich, dass Apple in dem Fall diesen Design-Aufwand, weil das ist halt nach wie vor trotzdem ein Gerät, was ich nicht wirklich in der Öffentlichkeit tragen möchte. Ich meine, ich habe das damals im Februar ausprobiert, weil musste den ganzen Käse einmal ja durchspielen und mal schauen, wie das ist. Und solche Dinge normalisieren sich auch. Und der Witz ist, selbst im Februar hat mich auch keiner allzu schräg angeschaut, als ich die halt im Zug aufgesetzt habe. Ich meine, Leute ignorieren Sachen, manche verstehen es gar nicht, manche denken sich halt ihren Teil und sagen nichts dazu. Die sind von dir an nichts anderes gewöhnt. Ja, die, die mich kennen, aber auch die fremden Personen, selbst die waren einfach still. Und ich glaube auch im Flugzeug, wenn du jetzt auf einem Langstreckenflug eine Vision Pro aufziehst, ich meine, wen kümmert es? Also ich glaube, da wäre ich auch relativ schmerzbefreit selbst, muss ich sagen, weil wenn ich jetzt Lust hätte, die auf einem Langstreckenflug zu verwenden, würde ich das, glaube ich, einfach machen. Da muss man sich, glaube ich, auch nicht furchtbar scheuen. Ja, was sich dann Leute dazu denken, ist eigentlich unterm Strich, glaube ich, muss einem dann halt auch einfach egal sein. Aber es ist sicher was, wo es länger dauert, glaube ich, dass das zu einer Normalität wird, weil es halt jetzt immer noch auch nach diesen Monaten und auch in den USA halt so eine Seltenheit geblieben ist. Und außer den üblichen YouTube-Stunts, die halt am Anfang einmal durchgekaut wurden, wo einer halt damit irgendwie ins Café rennt und über die Kreuzung und dann natürlich im Cybertruck irgendwie durch die Gegend fährt, die üblichen Albernheiten sind abgefrühstückt. Und ja, da kann man schauen. Es bleibt halt einfach auch, ist ja egal, ob Vision Pro oder anderes Headset, es ist einfach komisch, diese Headsets in einem öffentlichen Setting zu tragen. Es ist, glaube ich, ja. Ich finde auch rückblickend diese Diskussion beeilbern, weil Apple selber ja nicht propagiert hat, dass das eben ein Gegenstand der Öffentlichkeit wird, sondern ja relativ klar in seiner Kommunikation drin hatte, dass das ein Computer ist, der im Büro oder im Heimgebrauch, allenfalls jetzt auf Reisen, aber da ja auch zunächst mal nur im Flugzeug jetzt mit Blick auf den entsprechenden Modus dann eingesetzt wird. Wer es trotzdem macht, kein Problem, aber das war jetzt nicht so die Intention des Produkts, jetzt dann eben der Computer zu sein, den jeder auf der Nase hat, wenn er durch die Straßen läuft. Aber trotzdem, also vielleicht ist es tatsächlich noch so ein Punkt mit der Verbreitung und man muss ein bisschen abwarten, aber ich war schon etwas skeptisch, als ich damals diese Konzeptentwürfe in der Gerüchteküche gesehen habe mit dem Skibrillendesign und habe mir immer versucht, vorzustellen, werde ich mich, also gar nicht mal jetzt im Sinne von, wie denken die anderen darüber? Das ist mir auch relativ egal, aber gefalle ich mir selber damit, wenn ich mich damit sehe? Und ja, ich muss sagen, es ist immer noch irgendwie sehr, sehr fremdartig, diese Vision Pro aufzusetzen und sich selber damit zu sehen und, sag ich mal, sich auch damit anzufreunden. Aber am Ende ist es natürlich ja vor allem auch der Wunsch, der mitschwingt, dass das eben dann deutlich weiter miniaturisiert wird, dass man am Ende irgendwann da bei dieser Brille dann anlandet, die dann eben ähnliche Fähigkeiten hat. Science Fiction, ich weiß, aber trotzdem ist das ja eigentlich so der Traum von der Augmented Reality, den ja viele träumen und den ich ja auch sehr reizvoll finde, wenn man das mal so weiterdenkt. Das ist halt einfach noch ein weiter Weg bis dahin. Schauen wir mal, wie schnell, also ja, von diesem riesen Skibrillenobjekt bis hin zu einer relativ, also meine Brille ist auch schon relativ groß, aber wenn wirklich irgendwie eine kleine Brille oder kleinere, ich meine, da haben wir jetzt ja auch diese Ray-Ban-Brillen, die von Meta halt zum Beispiel auf dem Markt sind, aber die natürlich von der Funktionalität halt ganz anders sind, also die ja noch nicht mal im Ansatz, da wird ja nichts projiziert, da hast du keine virtuellen Fenster oder irgendwas, also da brauchen wir natürlich noch in Form von Displaytechnik an die im Moment noch nicht so richtig konkret, also da wird sicher dran gearbeitet, aber es gibt halt nichts ernsthaft Konkretes auf dem Markt. Wo es vielleicht schneller geht, ist bei den inneren Werten, also sprich bei dem, was man in dem Headset, in dem räumlichen Computer selber erlebt und da ist ja vielleicht dann zuerst mal der Punkt mit der Bedienung zu nennen. Der war ja nun, als Apple den vorgestellt hat, so der Verzicht auf Controller, das Ganze mit Augentracking, war ja recht revolutionär, zumindest in der Mixed Reality-Branche, die halt sehr Controller-fokussiert war. Mittlerweile muss man sagen, hat Meta ja seinem vorhandenen Headset auch noch dann Hand-Tracking-Qualitäten und durchaus brauchbare entlockt, da habe ich ja doch sehr drüber gestaunt, dass das Potenzial da drin steckt, aber die haben es einfach nicht genutzt vorher. Und wie ist denn dein Erlebnis jetzt mit der Vision Pro? Man hört ja auch mal wieder einige sagen, es ist doch ein bisschen irritierend immer diese Stiererei und so weiter. Wie geht dir das im Alltag? Also grundsätzlich, glaube ich, kann man schon festhalten, dass das Augen- und Hand-Tracking so basismäßig schon sehr hervorragend funktioniert, zumindest wenn das Setup richtig durchlaufen wurde und alles halt passt von der, also das hängt ja auch, wie gut trägt man die Brille praktisch auf der Nase, das Headset auf der Nase, sitzt das alles richtig und es müssen schon viele Elemente, müssen stimmen und dann funktioniert dieses Augen- und Hand-Tracking idealerweise sehr gut und es ist auch immer noch sehr, also es hat immer noch eine sehr, es löst immer noch eine gewisse Faszination bei mir aus, auch nach all den Wochen und Monaten damit, dass man halt einfach irgendwo hinschaut und dieses Element dann praktisch mit einer Geste anwählt oder bedient oder aktiviert. Aber auf der anderen Seite bin ich nicht darüber hinausgekommen, was mich beim ursprünglichen Test schon beschäftigt hat im Februar, dass ich es als unglaublich ineffizient empfinde, ein Betriebssystem und Fenster und Bedienelemente einer Bedienober, also die Bedienoberfläche über diese Gesten zu steuern und diese Problematik, dass man eben dort fest hinschauen muss und wirklich so lange hinschauen muss, bis man halt seinen, in Anführungszeichen, Klick ausgelöst hat, also die Geste ausgelöst hat und dann die Bedienung ausgelöst hat, das ist, man muss alles sehr einen Schritt nach dem anderen machen und es bleibt für mich ein eher schnell frustrierendes Erlebnis im Alltag bei der Vorstellung, einen Computer zu steuern, weil ich meine, ein Computer ist es ja nun mal unterm Strich, also das würde ich der Vision Boja nicht absprechen, dass sie das ist, aber sie macht es dann, macht es mir zumindest schwer und zwar so, dass ich sehr stark die Tendenz habe, wenn ich die Vision Pro benutze, halt immer eigentlich den Mac als Display einzubinden, weil ich dann auch zugleich automatisch die gewohnten Eingabeinstrumente in Form von der MacBook-Tastatur und dem Trackpad halt in Anführungszeichen gratis dazubekomme und halt das komplette Vision OS, das komplette Betriebssystem halt über Trackpad und Tastatur steuere und dann alles einfach so vertrauter und schneller funktioniert, so wie ich mir das vorstelle, weil ich halt einfach, ja, Trackpad und selbst da kann halt das Augentracking praktisch negativ beeinflussen, weil du machst halt was mit dem Trackpad und zugleich schaust du mit den Augen irgendwo anders hin und dann hüpft halt unter Umständen dein Cursor dahin, wo die Augen hinschauen, anstatt da zu bleiben, wo halt das Trackpad war. Also das ist, da ist ein Mischmasch von Eingabemethoden und Bedienelementen, der, glaube ich, noch nicht optimal gelöst ist. Ja, man sieht ja auch, und da greife ich jetzt mal zu Vision OS 2 vor, dass Apple das ja selber auch augenscheinlich sieht. Also dass ja der Support für die Magic Mouse jetzt kommt in Vision OS 2, dass sie die Tastatur, die vorher schon unterstützt wurde, dass die aber jetzt dann auch in diesen Environments, also in diesen immersiven Umgebungen dann voll sichtbar bleibt. Und also das ist für mich so mit auf zarten Pfoten sozusagen auch eine leichte Abkehr von diesem doch sehr radikalen Ansatz, den sie am Anfang gefahren haben, wo die Tastatur so halb gebannt wurde, die Maus ja gar keine Rolle spielte und die Augensteuerung, als das Nonplusultra angesehen wurde. Es hat sich auch erwiesen, ich meine, funktional, das hast du ja auch ja klar herausgestellt, funktional ist ja an ihr jetzt so nichts zu beanstanden. Das war ja die große Angst, die einige am Anfang hatten, dass sie gesagt haben, vielleicht funktioniert es gar nicht zufriedenstellend und konnten sich das gar nicht vorstellen, dass man das hinbekommen kann. Das hat Apple aber hinbekommen, das muss man ihnen ja lassen, das funktioniert sehr gut. Aber es zeigt sich halt, dass diese Steuerung an sich halt, dass da eine ganz andere Philosophie zugrunde liegt und wie passt das denn tatsächlich dann zu den Bedürfnissen des Nutzers oder ist es halt nur schön? Und da war eigentlich dann viel umständlicher im Endeffekt. Wenn man jetzt der Power-User ist und das ist ja auch dann die Frage, wenn man konsumierend damit unterwegs ist und wenig mit Bedienelementen arbeitet, hat man natürlich auch eine andere Perspektive auf dieses Thema, als wenn man jetzt tatsächlich sich ransetzt und will damit produktiv arbeiten. Dann bist du ja auch in einer ganz anderen Aktion. Wissen wir ja alle selber von unserem Alltag mitgeräten. Und wir haben auch gesehen oder man kann gut sehen, dass jetzt ja in den USA auch gerade jüngst nochmal bei denen, die Division Pro ja jetzt auch schon lange begleiten oder auch lange selbst im Einsatz haben, dass da auch nochmal eine Diskussion darüber entbrannt ist, ob es nicht sinnvoll wäre, halt irgendeine Form von räumlich, also ja, also eine richtige VR-Controller halt anbinden zu können, die du mit beiden Händen, die du wirklich im Raum bewegen kannst. Es gibt jetzt auch erste komische Hardware-Projekte, wo irgendeine Firma irgendwie sagt, ja, wir bauen da irgendwas, aber ist alles ein bisschen skurril mit komischen Angaben und irgendwann kommt es vielleicht mal auf den Markt und es ist halt nicht richtig integriert, weil das ist Arbeit, die Apple am Schluss machen muss. Also es heißt nicht, dass Apple irgendwie selbst unbedingt diese Controller auf den Markt bringen muss unter eigenem Design, aber sie müssten sich vielleicht einen Partner suchen oder es zumindest betriebssystemseitig halt so unterstützen, dass irgendein anderer Hersteller halt anständige VR-Controller für dieses Headset bauen könnte, mindestens als Option, weil im Gaming-Bereich bauen sie sich da, haben sie sich da ein eigenes, schlechte Ausgangssituation gebaut und insgesamt auch, also es gibt tatsächlich Momente, wo ich mir vorstelle, ja, ich hätte jetzt gerne einen Quest-Controller, um diese verdammte Bedienoberfläche zu, weil zum Beispiel in dem Moment, in dem es kleinteiliger wird und das passiert relativ schnell, wenn du zum Beispiel den Browser benutzt und hast halt eine Webseite, die natürlich nicht irgendwie auf hey, Spatial Computing angelegt ist, sondern halt irgendwie kleine Links hat, die direkt untereinander sind, ja, dann versuch die mal mit deinen Augen und der Hand zu erwischen oder bestes Beispiel sind halt die vielen iPad-Apps, die auf Vision OS natürlich laufen, aber null angepasst sind. Slack ist so ein Klassiker, ja, Team-Messaging per Slack und da sind halt super viele kleine Bedienelemente direkt nebeneinander, so, ja, also die erwischst du mit den Augen schon, wenn du dich super stark konzentrierst, aber eigentlich willst du halt ein viel feineres, viel feineres Eingabe-Element dann, eine Eingabe-Methode dafür haben. Aber was sind das für schreckliche Gelüste, dass man sich einen Quest-Controller herbeisehnt? Ja, komisch. Manches nimmt komische Formen an. Ja, aber ich kann Apple da schon verstehen, dass sie da doch beharrlich sind und nur sehr zaghaft an dieses Thema herangehen, weil natürlich jede Art von Controller, der von Apple, sagen wir mal, seinen Segen bekommt, ja wiederum als zusätzliche Hürde angesehen wird, dann eben diesen gebrauchtes Gerät zu machen. Also sie kommen dann ja nicht weg von, der Kopf ist okkupiert und jetzt dann muss ich auch noch solche Handkontrollen haben. Ich werde quasi zum Roboter hin zu dem, was sie ja eigentlich ausstrahlen wollen, dass es ein relativ natürliches Erlebnis ist, dass man eigentlich nur diesen Computer in irgendeiner Weise mit sich in Berührung bringt und dann ist man in dieser Welt und man muss sich da gar keinen Kopf machen und einen großen Zubehörkoffer mit Zeugs rumtragen, ausgenommen natürlich Akkus. Aber das ist ein anderes Thema. Das Sichtfeld ist ja auch so ein Punkt, über den leidenschaftlich gestritten wurde und wo sich auch gezeigt hat, wie unterschiedlich die Wahrnehmung von Menschen ist. Ich persönlich habe bei meiner ersten Demo mit der Vision Pro vor über einem Jahr in Cupertino, hatte ich den Eindruck, das ich doch recht umfänglich dann sehen kann. Andere Kollegen vor Ort haben schon eher so den Tunnelblick vom Gefühl. Und das hat sich ja dann auch jetzt im Februar gezeigt, dass sehr unterschiedliche Wahrnehmungen vorherrschen, was eben diesen Sichtbereich angeht. Ich denke, wir werden eh nicht auf einen objektiven Nenner bei diesem Thema kommen. Aber wie schätzt du denn dieses Thema grundsätzlich ein? Ich glaube, man kann es gut ignorieren und je nachdem, wie der eigene Kopf und das eigene Gehirn funktioniert, merkt man es nicht zwingend. Aber in dem Moment, in dem man es praktisch mal so richtig, sobald es richtig in den, also sobald man einmal plötzlich das bemerkt und dann halt die Aufmerksamkeit darauf richtet, dann fängt es an, dass man doch denkt, okay, es wäre schön, wenn nicht doch mehr Sichtfeld und ein freieres Sichtfeld hat. Man muss natürlich dazu sagen, dass eben die, wie sie so schön auf Deutsch heißt, Lichtdichtung und diese verschiedenen Größen, die Apple da ja auch anbietet und praktisch auch den Abstand zwischen den Augen und der puren Hardware vorne, wo halt die Recheneinheit und alles drin sitzt, vergrößert, dass das alles natürlich auch mit reinspielt, wie drastisch man am Schluss halt diese Einschränkung des Sichtfeldes wahrnimmt. Und es gibt ja nach wie vor auch Leute, die nehmen das Lichtsiegel einfach raus und benutzen halt die Brille pur mit ihren Bändern und sehen praktisch ihre Umgebung und sagen, ach, das fühlt sich viel freier an, weil ich habe halt eben nicht mehr diese komische schwarze Umrandung. Also das ist auch, ist auch, glaube ich, auf einem gewissen Punkt natürlich dann eine sehr persönliche Entscheidung, wie, als wie störend man das empfindet und welche Strategie man dafür fährt. Und das zeigt aber auch wieder, wie kompliziert dieses Produkt per se ist. Also diese VR-Brille und dieses Abschotten von Außenlicht und was bedeutet das für den Nutzer und wie breit ist dann halt das Sichtfeld am Schluss. Und ich glaube, ob das jetzt ein bisschen kleiner sein mag als bei der Quest zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das wirklich einen Unterschied macht, weil eingeschränkt ist dein Sichtfeld so oder so. Und das kann man praktisch ausblenden. Also wenn man jetzt auch gerade irgendwie, also bei Entertainment, man irgendeinen Film streamt oder sowas, dann würde ich nicht sagen, dass das wirklich störend ist, ob dann da drumherum schwarz ist. Aber wenn du natürlich richtig drüber nachdenkst und halt in so einer hellen Umgebung sozusagen bist, merkst du schon, dass du natürlich wirklich wie, also eine Art Fernglas halt vorm Gesicht hast. So fühlt sich das für mich so ein bisschen an. Ja, ich glaube, es hat auch viel mit der Frage zu tun, wie sehr man sich von dem Gesehenen packen lässt. Also wie weit die Wahrnehmung abgelenkt ist durch das Gesehene. Und das habe ich auch festgestellt bei meinen verschiedenen Demos, dass beim ersten Mal war ich natürlich total durch das Gesehene fasziniert und habe dann das Sichtfeld gar nicht so wahrgenommen. Bei späteren Malen habe ich dann schon eher mal darauf geachtet, auf diesen Punkt. Und in dem Moment, wo man anfängt, darüber nachzudenken, stellt man plötzlich fest, dass man genau diesen Fernglas-Effekt dann schnell entwickelt und wirklich dann doch sehr schnell wieder die Künstlichkeit dieser wahrgenommenen Realität dann auch realisiert. Also ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun. Wobei ich finde schon, dass Division Pro leichteres Spiel hat, einen so ein bisschen mit ihrem Budenzauber in ihren Bann zu ziehen, weil einfach die Grafik ja viel besser ist. Also auch das Pass-Through mit der Frage, das ist nicht körnig, wie zum Beispiel bei der Quest 3. Und das macht schon einen großen Unterschied, finde ich. klar, du weißt, dass du in einer virtuellen Welt bist, aber das ist schon eine etwas doch näher an der Realität liegende virtuelle Welt. Und das macht, glaube ich, dann viel aus. Ja, wobei da gab es auch, glaube ich, einen sehr großen, wie so ein, ich empfällt das deutsche Wort nicht ein, Disconnect, also so eine, da war, glaube ich, bei vielen, damals, also beim US-Verkaufsstart, war, glaube ich, bei vielen auch von den ersten Testern war die Vorstellung, dass praktisch der freie Blick durch die, also der Mixed-Reality-Blick, dass du halt durch die Kameras wirklich einfach nur die Außenwelt siehst und kein digitales Element hast, da war, glaube ich, eine große Vorstellung, dass das relativ perfekt wirklich deine Umgebung abbildet. Und das funktioniert auch relativ gut, solange man statisch zum Beispiel am Schreibtisch sitzt oder an einem festen Ort sitzt, auf der Couch sitzt, egal. Aber in dem Moment, in dem du halt aufstehst und dich bewegst, zum Beispiel in den anderen Raum, im Haus oder halt in einem Büro oder wo auch immer, da bricht halt alles komplett. Also ich meine, das ist bei der Quest nicht besser, aber es unterstreicht halt, wie weit entfernt wir davon sind, dass dieses Gefühl, ich schaue in meine echte Umgebung, halt trotzdem einfach nur ein, ich schaue durch zwei Kameras ist, die auch jetzt nicht so die Hyper-Kameras sind. Also das ist, wenn du dir vorstellst, das wäre irgendwie die Kamera, mit der du im iPhone Fotos machen würdest, dann würdest du schimpfen auf, wie furchtbare Kameras, wie schlecht die Kameras in deinem iPhone sind. Und ich meine, diese Kameras versorgen dich halt mit deiner physischen Umgebung, mit deiner Realität praktisch. Und da sieht man, das ist einfach, das ist, da sind wir noch nicht weit genug. Da ist auch Apple, also da ist Apple noch nicht weit genug. Da ist auch kein anderer Hersteller offensichtlich weit genug. Da praktisch ein eins zu eins, mehr oder weniger latenzfreien Livestream von der Umgebung mit halt Lichtschwankungen, bei Dämmerlicht. Und da sind so viele Komponenten drin, die das extrem schwierig machen. Ja. Aber auch da sage ich, wo sind wir gestartet damals beim iPhone mit Displays und Kameras? Und wo sind wir heute? Also man muss, natürlich, klar, die Erwartung war, Apple steigt zu einem Zeitpunkt in die Mixed Reality ein, wo das Ganze schon viel weiter im Entwicklungsprozess ist. Und manche haben ja Apple auch zauberhafte Fähigkeiten dann zugesprochen und ging davon aus, dass sie dann der Konkurrenz da viel deutlicher vorauseilen. Sie haben im Grunde genommen ja einfach den wertigeren Ansatz gewählt. Also sie sind mutiger einfach zu sagen, hey, wir nehmen 4.000 Euro für dieses Headset und dafür bauen wir eben auch ganz andere Displays ein. Und die sorgen natürlich dann auch für einen ganz anderen Eindruck. Und natürlich auch so, sie spielen die Karte ihres Ecosystems aus, dass vieles konsistenter und von Anfang an durchdachter ist, weil es einfach auch den anderen Apple-Welten entspringt und nicht so wie bei Meta zum Beispiel jetzt alles so ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt ist. Man merkt halt, dass Meta kein Betriebssystem-Hersteller ist oder dass ihr Ecosystem eben aus sozialen Netzwerken besteht, wo du mit Werbung bespielt wirst, aber jetzt nicht mit so tollen UIs oder irgendwas dann da behaftet ist. Also ich glaube, das ist so, da ist dieses typische Phänomen, Apple, die Leute erwarten zu viel von Apple dann auch so ein bisschen zum Tragen gekommen. Und ich muss gestehen, dass ich da selber auch mich ein bisschen eingereiht habe durch die ganze Diskussion und den ganzen Hype, der darum betrieben wurde. Aber klar sehen ist ja ein gutes Stichwort. Ich meine, klar sehen ist da jetzt auch der Punkt mit Blick auf Korrekturgläser. Und da ist es jetzt ja auch so, in den USA ist das Ganze ja mit einem ärztlichen Rezept verbunden, dass man diese Korrekturgläser bekommt. Wie ist denn das überhaupt jetzt in Deutschland? Wie wird das hier gehandhabt? Also komischerweise erwartet Apple hier auch eine gültige Verschreibung. Und ich bin mir ehrlich gesagt, ich habe jetzt auch gar nichts groß gehört von Leuten, die vielleicht vorbestellt haben, was sie da am Schluss eigentlich hochladen mussten. Weil eine gültige Verschreibung ist, wenn du das glaube ich so ganz klassisch aus Krankenkassesicht siehst, ist das halt wirklich praktisch ein Rezept in Anführungszeichen, was du von einem Augenarzt bekommst. Und was halt auch, glaube ich, plus minus irgendwie ein paar Wochen alt, ein Monat alt sein darf oder so. Ich weiß nicht, wie strikt das jetzt am Schluss tatsächlich gehandhabt wird von Apple, weil es für uns ja sehr ungewöhnlich eigentlich ist, dass man diese Idee, dass du da irgendwie ein ärztliches Rezept praktisch vorweisen musst, was aktuell ist. zum Beispiel mein letztes Augenrezept ist zum Beispiel, glaube ich, sechs Jahre alt. Seitdem hat sich aber auch von der Stärke her nichts geändert. Also ich meine, ich hätte mir jetzt praktisch bei meinem letzten Augenarztbesuch hätte ich mir wahrscheinlich ein neues Rezept ausstellen lassen müssen, weil das alte vielleicht nicht mehr akzeptiert würde, obwohl es dieselben Werte hat. Also das ist mir ehrlich gesagt auch nicht ganz klar, was da die Konsequenz ist. Auf jeden Fall scheint es angebracht zu sein, wenn man da wirklich sich diese Zusatzlinsen bestellen möchte, vielleicht dann tatsächlich nochmal entweder zum Augenarzt auch einfach zu gehen oder zum, beim Optiker müsste ja eigentlich auch reichen, aber halt irgendjemand, der einem anständig einen aktuellen Schein ausstellt, wo halt die Werte und alles wirklich ordentlich aufgeführt ist, was Apple da braucht, um das dann geht ja dann über Zeiss praktisch und die dann die Gläser halt individuell herstellen für den Kunden. Ich glaube, was wichtig ist, was immer noch, ich das Gefühl habe, immer noch für Missverständnisse sorgt, es gibt immer wieder Leute, die die Vorstellung haben, dass wenn ich halt alles, dass sie praktisch in diese Displays, die ja super nah vor den Augen sind, dass wenn du halt alles, was du so super nah siehst, dass du damit, dann ist es okay. Also wenn du kurzsichtig bist, kannst du ja auch etwas, was direkt vor deinem Auge ist. Also ich zumindest bin relativ kurzsichtig und natürlich kann ich, wenn ich jetzt irgendwie das iPhone oder ein Buch mir direkt vor die Nase halte, dann kann ich das schon lesen ohne Brille. Aber das hilft mir nicht bei den Displays der Vision Pro, die sehr nah vor meinen Augen sind. Aber du hast ja ein sozusagen virtuelles, eine virtuelle Brennebene oder eine virtuelle Ebene, auf die die Augen scharf stellen und die ist halt so ungefähr 1,5 bis 2 Meter von dir entfernt. Das heißt, jeder, der sich praktisch dieses Headset kauft und überlegt, brauche ich da irgendwie eine Brille oder eine Sehkorrektur für, kann sich diese Frage sehr einfach beantworten, wenn er sich überlegt, ob er halt in 1,5 bis 2 Metern Entfernung Dinge scharf sieht ohne Brille. Wenn das der Fall ist, dann sieht man diese Dinge auch in der Vision Pro scharf. Und es lustig ist, dass das sogar der umgedrehte Effekt ist, dass jemand, der zum Beispiel weitsichtig ist oder Alterssichtigkeit hat und eben das Problem hat, dass er nahe Elemente wie ein Buch nicht mehr ohne Korrektur oder ohne Lesehilfe zum Beispiel und Lesebrille richtig sehen kann, der sieht plötzlich diese Elemente in der Vision Pro wie der Scharf. Weil die Kamera nimmt halt dieses nahe Objekt auf und projiziert das praktisch in diese virtuelle Bildebene, die halt 1,5 Meter entfernt ist. Und gaukelt die halt nur letztlich vor, dass das halt direkt vor dir ist. Aber du siehst es halt plötzlich scharf. Ist sehr lustig und irritierend und ist ein bisschen Optik ist sowieso ein sehr lustiges eigenes Feld für sich. Und das ist sehr faszinierend da zu beobachten natürlich, dass das im VR-Bereich wie auch, wie kompliziert das natürlich ist mit den verschiedenen, mit dem menschlichen Auge zusammen zu spielen und auch welche verschiedenen Konsequenzen das hat. Wie lange Nutzer halt eben auch zum Beispiel in diesem Headset sein wollen und sein können. Also ich meine, Kopfschmerzen sind sicher eine Sache, die Leuten begegnen unter Umständen, weil du halt nicht richtig fokussieren kannst, sondern immer in dieser komischen, fixen Ebene bist von deinen Augen und keine, also die Objekte wirken so, als wären sie in unterschiedlicher Entfernung, aber sie sind halt immer auf derselben Ebene und das ist für die Augen und damit für das Gehirn zumindest mal irritierend und das, manche stecken das einfach so weg, andere kriegen halt irgendwie Kopfschmerzen oder es fühlt sich halt nicht richtig an. Also das ist, auch das bleibt wieder sehr individuell am Schluss dann, wie man da, wie man da landet. Das Thema Bänder haben wir jetzt ja schon touchiert, da hast du ja schon was zu gesagt, weiß nicht, inwieweit du da vielleicht noch etwas ergänzen möchtest. Ja, ich glaube, da hilft nichts drüber hinaus, das einfach für sich selbst auszuprobieren. Da muss man und man muss, es empfiehlt sich tatsächlich dann auch relativ viel damit herumzuspielen und verschiedene, also nicht nur verschiedene Bänder, diese zwei Bänder, die halt dabei sind, auszuprobieren natürlich, aber auch mit diesen, vor allem das zweite Band, was ja so ein bisschen schlichter aussieht und was halt das zusätzliche Band über den Kopf hat, da kann man schon sehr viel variieren, wo genau diese Bänder halt sitzen, wo die Druckpunkte sind und da, ich glaube, Apple hat da sogar ein sehr ausführliches Support-Dokument, so hier, hier länger, dort kürzer, um folgenden Effekt zu, weil du musst ja irgendwie so ein 3D-Spiel spielen, wo du an verschiedenen Stellen halt Dinge entweder enger schnallst oder weitermachst und was dann die Auswirkungen halt an einer anderen Stelle sind, da muss man ein bisschen experimentieren. Ich glaube, das lohnt sich unter Umständen damit auch zu experimentieren, weil man da vielleicht dann doch eine deutlich bequemere Passform hinbekommt, als man es vielleicht am Anfang vermutet oder wenn man gerade am Anfang irgendwie Probleme hat und es schlecht sitzt. Ja, hilft nicht, als auszuprobieren, ja. Ich bin ja ein bisschen erschrocken darüber, dass dieser Developer-Strap, der ja auch angeboten wird, der ja so einen USB-Anschluss hat, USB 2, um dann da mit der Brille zu interagieren, dass der über 300 Euro kostet. Ich meine, über den Preis sprechen wir nachher ja noch, aber gerade den hätte ich ja nun eigentlich aus strategischen Gründen ein bisschen günstiger gemacht, um Developer zu ermuntern, da eben dann doch mehr mit der Brille zu machen. Zumal es auch ja nicht wirklich dieses Argument Apples entkräftet. Der Preis ist ja auch mal verschiedentlich Thema gewesen. Klar, die Hardware selber, die Vision Pro, enthält ja sehr viel High-End-Technik und ist wahrscheinlich auch im Einkauf der Komponenten für Apple jetzt nicht so günstig, sondern eben auch dann hat seinen Preis. Aber bei dem Zubehör, bei den Bändern, da habe ich schon so meine Zweifel und da strahlt Apple ja eher das aus, was ja ihnen auch vorgeworfen wird, dass sie ja eben auch nicht nur das Computing, sondern auch den Preis auf ein ganz neues Level hoheben wollen dann mit der Vision Pro. Dazu passt ja auch dann ein weiteres Zubehörteil, was ja auch dann durchaus für Aufregung gesorgt hat. Das ist das Travel Case. Einige sagen auch der große Staubsaugerbeutel von Apple. Wie geht es dir damit? Du hast den ja auch mal ausprobiert. Mit dem Staubsaugerbeutel, das ist mir tatsächlich noch nicht über den Weg gelaufen. Das ist natürlich eine sehr interessante Beschreibung dafür. Ich habe den hier noch irgendwo rumfliegen. Es ist, ich muss sagen, es ist auf der einen, das ist auch ein relativ frustrierendes Objekt, ein Stück Hardware, ein Stück Zubehör. Ich meine, Apple, glaube ich, in Deutschland 220 Euro, meine ich, ist der Preis. Also es ist jenseits der 200 Euro Marke. es ist auf eine gewisse Weise, es ist ein tolles Case, muss man sagen, glaube ich. Aber es ist auch ein sehr seltsames Case. Dadurch, dass es halt weiß und diesen interessanten Stoff hat, ist es auch sehr auffällig, was man vielleicht auch nicht unbedingt will, wenn man damit unterwegs ist. Es ist wirklich signalisiert so, ich habe hier ein besonderes Objekt. Das sind wie die Leute, die ihre 10.000 Euro Fotoausrüstung in so eine super Profitasche packen, wo irgendwie so Ken groß als Aufkleber drüber klebt. Also ich meine, du kannst dich auch auffälliger machen, wenn du solche Objekte durch die Gegend schleppst und ich weiß nicht, ob das immer der ideale Weg ist und zusätzlich kommt hinzu, obwohl das die hiesige, was ja jetzt auch seit Februar auch schon einige Reisen irgendwie und hin und her geschickt wurde und Reisen hinter sich hat, das sieht tatsächlich noch relativ gut aus. Ich weiß nicht, wenn du das irgendwie monatelang wirklich im Flugzeug andauernd irgendwo so in die verschiedenen Regale stopfst oder unter die Sitze stopfst, wie gut das dann irgendwie nach einem Jahr aussieht, kann ich immer noch nicht recht sagen. Also das hat auch schon so ein paar Spuren bekommen. Da muss man glaube ich mit leben. Also wer da super penibel ist, sollte sich das überlegen oder ob er sich irgendwie so ein weißes Kistchen halt kauft. Ansonsten ist es ein sehr cooles Case, was halt einfach einen fiesen Preis hat. Ja, apropos Preis und damit können wir eigentlich auch dann so bei dieser Langzeitgeschichte auch auf diesen Punkt zu sprechen kommen. Gerade haben wir ihn ja schon ein wenig berührt. Ja, 4.000 Euro und es ist halt und 4.000 ist halt wirklich nur der Einstiegspreis. Also die zumindest jetzt, also ich meine ich, du, viele andere Leute wahrscheinlich auch, werden mindestens diese Korrekturgläser dafür brauchen. Also da legst du halt schon nochmal 170 Euro drauf. Dann wird der ein oder andere nachdenken, ob halt diese 256 Gigabyte Speicherplatz im Basismodell reichen oder ob man nicht doch lieber 512 zum Beispiel nimmt. Dann zahlt man auch nochmal 250 Euro obendrauf. Dann kommt der Travel Case dazu. Also ich meine, man muss natürlich nicht den Apple Case irgendwie kaufen für 220 Euro, sondern kann natürlich auch irgendeinen Dritt Case kaufen, was du wahrscheinlich für 30, 50, 70 Euro bekommst. Aber es kommt halt auch nochmal obendrauf, weil man braucht eine Hülle praktisch, sobald man anfängt, diese Brille irgendwie doch mal woanders hin mitnehmen zu wollen. Die kann man eigentlich nicht anders transportieren als in einem eigenen Case. Das wäre zumindest bei dem Preis und der Fragilität und auch der Reparaturkosten, die ja irre sind für die Vision Pro ist, glaube ich, sehr zu empfehlen, das möglichst sicher zu deponieren beim Transport. Und dann bist du, also du bist einfach sehr schnell, bist du halt bei 4.500 Euro und sogar auch da oben drüber und das macht es natürlich alles, dann macht es halt noch schwieriger, diese Entscheidung zu treffen. Aber ich glaube, ich kann über den Preis gar nicht viel mehr sagen, als wir zum Einstieg schon gesagt hatten. Also da hilft es nichts, das für sich selbst zu entscheiden, ob man das rechtfertigen kann. Vielleicht hat der ein oder andere auch, sagt halt die Firma, also offensichtlich, da hat ja Apple jetzt auch schon in den USA drauf gepocht, ja, so die großen Firmen, die sind da auch interessiert dran. Und da wird natürlich auch mal eingekauft, um halt auch einfach auszuprobieren, was können wir halt damit machen, was ja durchaus auch interessant ist. Und vielleicht kommen wir da in so eine Situation, aber so als Privatnutzer muss man sich das, glaube ich, schon sollte man sich das sehr gut für sich selbst überlegen und dann halt entscheiden, wie locker da diese 4000 Euro irgendwo rumfliegen. Kann man dann und dann halt diese Kaufentscheidung treffen. Jetzt haben wir die Gegenwart oder das Gerät ja jetzt umfassend, glaube ich, beleuchtet jetzt so mit Blick auf die Langzeiterfahrung, bevor wir zu dem Zukunftsthema kommen, sprich, wie geht es mit der Software weiter und vielleicht auch so der Blick in die Glaskugel, wie es mit der Hardware weitergehen könnte oder weitergehen sollte, auch besser gesagt. So als Fugenthema mal die Sache mit den Inhalten, mit den Apps. Das ist ja etwas, was ja sehr dynamisch ist, was sich jetzt auch jetzt beim vorhandenen Gerät ja noch weiter verändern kann, wo auch die Hoffnung da ist, dass jetzt die Internationalisierung der Vision Pro dazu führt, dass ja weitaus mehr App-Entwickler vielleicht dann im Blut lecken, dass ja beim Content jetzt Apple selber auch noch ein bisschen ein bisschen mehr dann Zahn zulegt, weil einfach es auch viel lohnenswerter ist und ja das Gerät auch bereichert. Wie ist denn da der Status Quo? Also wie, in welchem Maße stehen denn zum Beispiel immersive Inhalte zur Verfügung? Wie schätzt du die App-Situation ein? Apple wirbt ja immer mit sehr vielen nativen Apps, aber so relativ gesehen ist es dann doch, glaube ich, nicht ganz so groß, die Zahlen. Ja, es schwankt irgendwo so zwischen kargem App-Angebot und Katastrophe. Also wenn du jetzt wirklich nur die puren nativen Apps nimmst, ich glaube, die Zahl, die sie jetzt zur WWDC genannt haben, war 2000. Also das ist der aktuelle Stand oder da mal ein bisschen über 2000. Und das, ich meine, klar, der App-Store auf dem iPhone ist auch irgendwie mit 1000 Apps oder was gestartet damals oder 500 oder was auch immer es zum Anfang das war, wie viel es waren. Und dann wurden es natürlich mehr, aber bis jetzt ist halt leider auch sehr wenig Dynamik in diesem App-Markt drin gewesen. Ich bin sehr gespannt, ob dieser internationale Start daran jetzt was ändert. Also ich meine, man kann es hoffen und es bringt natürlich auch die Hardware in mehr Entwicklerhände. aber es war so, dass in den USA zumindest nach dem anfänglichen, nach sozusagen den ersten Apps, die halt verfügbar waren, war gefühlt, kam dann nur noch relativ, ist das nur noch so nachgetröpfelt, was dann kam. Also ich meine, da kam schon Zeug hinterher, aber es ist jetzt nicht so, als hätte, würde man da aus so einem, vielleicht sind wir natürlich auch alle verwöhnt durch den, durch den App-Store fürs iPhone, der halt einfach so und mitunter auch das iPad, der halt so eine große Palette an Zeug bietet, dass, dass das halt bei der Vision Pro jetzt wirklich auffällig ist, wie wenig halt am Schluss vorhanden ist und was für massiv wichtige Elemente halt auch nach wie vor fehlen. Also ich meine, YouTube ist halt Klassiker, Netflix ist halt auch einfach, es sind, es wurde zum Anfang schon diskutiert, weil die halt zum Anfang schon fehlten, sie fehlen jetzt immer noch. YouTube hat es ja für irgendwann in Aussicht gestellt und man sieht auch, dass Apple jetzt halt schon anfängt, da drum herum zu bauen, weil zum Beispiel sie jetzt in Vision OS 2 dann in Safari, im Browser praktisch die Medienwiedergabe so verbessert haben, dass du halt dein Browser-Video-Fenster halt auch in so eine Umgebung packen kannst und damit so dieses schöne Leinwand-Feeling bekommst, als würdest du halt irgendwie eine große Kino-Leinwand sehen. Das heißt, der Trick ist halt, okay, wenn Netflix keine App baut, dann nehmen wir halt irgendwie die Web-Ansicht und machen die wenigstens schön in so einer Art Kino-Modus, ist nicht verkehrt. Also ich mache da Apple keinen Vorwurf draus. Es ist halt nur ein bisschen traurig mit anzusehen, dass sich da irgendwie nichts bewegt hat, was das spezifisch angeht. Also ich glaube, intern würde einem bei Apple kaum einer widersprechen, wenn man sagt, die Erwartungen an die Developer waren größer. Das ist aber nicht zum ersten Mal passiert. Apple hat ja dieses Phänomen mehrfach erlebt. Sie wollen immer wieder diesen iPhone-Effekt nochmal aufrufen. Damals beim iPhone war es ja auch so. Es gab ja nicht einen riesigen Pool an Developern, die jetzt dann umgesattelt sind aus iPhone, sondern es waren ja sehr viele, die so in Startup-Manier mit großem Risiko, wir haben diese ganzen Geschichten ja zu diesen App-Store-Jubiläen ja immer wieder gehört, wie Leute dann so für sich entschieden haben, ich sehe darin eine App-Plattform, ich sehe darin ein Geschäftsmodell, ich sehe darin für mich eine Zukunft. Wir haben alles stehen und liegen gelassen und sind dann halt mit ihrer App losgestartet und haben dann Erfolgsgeschichten geschrieben, einfach weil sie früh dabei waren. Und das wiederum hat Apple geholfen, weil die Plattform attraktiver wurde. Und diese Win-Win-Situation, die versucht Apple immer wieder ja aufzurufen. Sie haben es bei der Apple Watch probiert, sie haben es beim Apple TV probiert und selbst bei iMessage gab es ja auch diese Möglichkeit, so kleine Mini-Apps zu schreiben oder Erweiterung. Und es hat sich leider immer wieder gezeigt, es gibt eher nur gegenseitige Erwartungen, dass der andere den ersten Schritt geht. Also die Entwickler sagen, ja Apple, jetzt bring doch erstmal ein großes, relevantes, neues System, dann kommen wir. Und Apple wiederum will eigentlich die Entwickler erstmal sehen, damit sie ein großes, relevantes, neues System aufsetzen können. Und das erleben wir bei der Vision Pro hier auch. Also gemessen daran, wie dafür getrommelt wurde, gemessen daran, dass es ja eigentlich, wenn man jetzt eine Swift-App hat, nicht so schwierig ist, eine native Vision OS-App zu machen, ist ja eigentlich die Zahl von 2000. Und ich glaube, sie hat sich seit Februar nur um 1000 erhöht. Also auch jetzt, sage ich mal, dieser Effekt im ersten Moment, dass man gesagt hat, ja, viele Entwickler hatten ja auch Schwierigkeiten, ihre Apps zu testen. Es gab ja nur sehr unter Laborbedingungen die Möglichkeit, das zu tun und bei sehr ausgewählt, die dann diese Developer-Kits gekriegt haben. Seit Februar ist das ja kein Argument mehr in den USA. Seit Februar kann jeder sich eine Vision Pro kaufen und war ja auch zahlreich vorhanden und kann dafür entwickeln. Und trotzdem sind es nur 1000 Apps mehr geworden. Und ich glaube einfach, dass da auch jetzt schon erste Züge einer Umkehr zu erkennen sind, dass Apple dann sagt, okay, du hast es ja gerade am Beispiel jetzt dieser Videofunktion beschrieben. Wir müssen unseren Weg da mehr selber gehen. Und ich glaube, das sehen wir parallel dazu auch bei der Frage des Contents. Ich habe das Gefühl, Apple hat sich am Anfang sehr darauf verlassen, dass die Vision Pro faszinierend genug ist, dass jedes Filmstudio und jeder Inhaltsproduzent sich die Finger danach leckt und nicht abwarten kann, da seine immersiven Inhalte drauf zu machen oder überhaupt anzufangen, welche zu produzieren. Und jetzt gibt es ja doch zarte Anzeichen, dass auch Apple selbst sieht, naja, möglicherweise müssen wir selber erst mal jetzt in der Praxis zeigen, wie es gehen könnte. Bei den Apps ist es vor allem so, dass, ich meine, der Schritt, den wir damals hatten beim iPhone, war, dass du ja praktisch eine Desktop-Bedienoberfläche und eine Software, die halt für ein Desktop konzipiert war, die musstest du irgendwie klein bekommen und sinnvoll bedienbar für jemanden, der einhändig halt mit dem iPhone durch die Gegend rennt. Und das war die große Herausforderung. Das war natürlich auch eine riesige Änderung, was Bedienoberflächen und Elemente in der Bedienoberfläche angeht. Aber es war doch ein relativ kleiner Schritt, während jetzt dieser Schritt eben aus dieser 2D-Bedienoberfläche in so eine 3D-Oberfläche, die halt natürlich auch relativ freiskalierbar ist und dann eben auch mehr sein sollte als ein 2D-Fenster, was in diesem riesigen Raum schwebt, idealerweise zumindest. Das sieht man halt jetzt ja auch, dass viele von diesen Apps, die halt existieren, von den MissionOS-Apps, die sind halt einfach große 2D-Fenster. Das ist manchmal nicht verkehrt, aber es ist natürlich auch nicht so super spannend und was Neues, weil diese eigentliche, diese Dreidimensionalität, die halt die Vision Pro mitbringt, diese Räumlichkeit, die sie mitbringt, wird da natürlich nicht so richtig erfüllt und da sind wir noch einen langen Weg von entfernt und auch die, das sieht man ja auch sonst, also ich meine, die VR-Szene, solange sie es jetzt gibt, so wenig hat sich ja auch dort entwickelt, was jetzt Produktivitätssoftware oder so angeht. Da hat sich ja auch alles eigentlich auf Spiele und ein bisschen auch auf Entertainment eingeschossen, weniger sogar auf Entertainment, sondern spezifisch eigentlich auf Spiele und ein bisschen natürlich irgendwie so auf 180 Grad und 360 Grad Videos und was du halt mit klassischer, mit klassischer Produktivitätssoftware in diesem Raum machst, das ist irgendwie noch nicht so ganz hundertprozentig klar, glaube ich. Ja und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den man herausarbeiten muss. Das native App ist ja auch, das ist schon gegeben, wenn man eben dieses Fensterlayout hat, wenn man jetzt diese leicht semi-transparente Optik hat und eben nicht dieses Flat-Design eines einer iPad-Apps, die im Raum steht, aber das ist ja eigentlich auch nicht das Potenzial, was man mit einem Mixed-Reality-Headset heben will. Also eigentlich ist die Wunschvorstellung, die Qualitative an diese Mixed-Reality-Apps ja auch, dass sie tatsächlich von eben den Möglichkeiten, den Spezifika der Räumlichkeit Gebrauch machen. Also Dinge, die ich nicht auf dem iPad machen kann oder mit dem iPhone oder eben nur in den dortigen Behelfs-Modi, was Augmented Reality angeht, dass ich mit dem langen Arm so unter Kamera dann durch den Raum schreite und mir 3D-Objekte dort dann zum Beispiel reinmache oder spiele. Und das, sage ich mal, ist ja eigentlich so die Wunschvorstellung an die VisionOS-Apps, dass das da eben, dass es nicht einfach der Terminplaner ist, den es sowieso schon für iPhone und iPad und Mac gibt und der hat jetzt halt durchsichtige Fensterchen. Ja, das ist halt, das ist die große Herausforderung und das ist die große Herausforderung App-seitig und so eine ähnliche Herausforderung ist eben auch Content-seitig gegeben, dass diese Idee, die Apple halt, Apple hat ja diesen Ansatz gewählt, okay, wir machen diese Immersive-Videos, die haben bestimmte praktisch technische Spezifikationen und Vorgaben, also irgendwie halt 8K zumindest liefern sollten und halt auch dann ja praktisch 180 Grad vor dir aufgespannt werden und eben durch ein Linsensystem halt auch so einen stereoskopischen Effekt bekommen, also eine Art Räum, also dir eine Räumlichkeit vorgaukeln, ist vielleicht der falsche Begriff, aber halt räumlich aussehen und dich so ein bisschen an diesen Ort transportieren und die sind auch sehr beeindruckend, es sind halt einfach nur sehr wenige und die wenigen sind auch noch sehr kurz und es ist halt in all den Monaten ist halt glaube ich irgendwie eins oder zwei oder lassen wir es drei sein oder so drei kleine Schnipselchen sind halt hinterhergekommen plus halt irgendwie noch so ein Trailer, den sie ab und zu mal aktualisieren in dem sehr grandiose und die sind alle, die sind alles sehr coole Sachen und die sind sehr beeindruckend, diese immersiven Videos und es macht Spaß, die anzuschauen und die sind ein sehr interessantes, ein bisschen auch neues Medium in der Art, wie sie umgesetzt sind, aber wir sind halt weit noch davon entfernt, da irgendwie ein großes, irgendwie breitflächiges Content-Angebot so zu sehen und jetzt haben sie ja auch jetzt erst sozusagen die, ja praktisch die Produktions- und technische Seite gehen sie halt jetzt an, weil sie sagen, okay, wir machen halt zusammen mit Blackmagic, machen wir halt ein professionelles Kamerasystem, wo du wirklich diese Apple-Immersive-Video, was ja wirklich ein Format ist, also es ist ja nicht nur ein Marketing-Schlagwort, sondern das ist ja wirklich ein eigenes Video-Format, das kannst du damit filmen, dann brauchst du den ganzen Postproduktionsprozess, der dann halt mit Da Vinci irgendwie dargestellt wird, weil da natürlich auch Blackmagic dann seine Hand drin hat und das muss ja alles aufgebaut werden und das musst du natürlich dann irgendwie erstmal den Studios, anderen Studios schmackhaft, ich meine Apple hat halt den Vorteil, dass sie ihre eigene, sie haben halt ihr eigenes Studio und selbst da geht's langsam und die wissen ja, was sie tun und die können ja auch da mal bei einem Entwickler im eigenen Haus anrufen und sagen, hey, wie können wir das jetzt irgendwie gut machen und das musst du natürlich für externe Produktionsstudios und so weiter, musst du das ja erstmal alles zugänglich machen und erschließbar machen, das ist ja eine super schwierige Hürde, die da überschritten werden muss. Ja, aber gerade der Punkt der Werkzeuge ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt und da sieht man ja eben auch, dass Apple das Heft des Handelns da jetzt mehr in die Hand genommen hat. Also sie selber bringen das in Kooperation mit eben Kameraherstellern jetzt voran. Ich habe den Eindruck, sie haben vorher darauf gesetzt, dass das von selber kommt, dass dann eben die Kamerahersteller von selber die Tools, die Werkzeuge schaffen oder nimm mal das Thema, ich meine, YouTube hat ja sein YouTube 360, du hast ja auch gesagt, YouTube fehlt ja auch schmerzlich, würde ja auch den Content-Bereich deutlich aufwerten, wenn die jetzt die Vision Pro nicht da boykottieren würden und Apple selber hat jetzt zum Beispiel Creator nichts an die Hand gegeben, um jetzt mal eben, dann nehmen wir mal diesen Podcast hier. Ich meine, wir konnten das ja auch jetzt als virtuelle Runde, wir stehen an einem Stehtisch machen und ich weiß es nicht, wir bereichern das, sich anderthalb Stunden uns beide an einem Stehtisch stehend anzugucken, aber es hätte ja doch durchaus eine andere Optik, als wenn wir jetzt in diesem Fensterchen hier sitzen und es gibt ja, jetzt zur WWDC haben wir einen amerikanischen Podcaster gesehen, der hat seine Live-Show dort dann auch dann in 3D, in räumlichem Format über eine spezielle App eines befreundeten Entwicklers dann gestreamt und ich habe mich gefragt, warum muss es so eine Lösung geben? Also warum gibt es nicht von Apple selber entsprechende Werkzeuge, dass sowas realisiert werden kann und spätestens jetzt in Jahr 2, also was heißt Jahr 2, also es ist ja immer noch Jahr 1, es ist immer so ein bisschen komisch mit der Zeitenrechnung, weil wir kennen die Vision Pro seit der WWDC 23, wir kriegen sie aber erst oder wir können sie erst kaufen in den USA erstmals seit Februar 24 und jetzt ja erst in Deutschland, das macht es auch mal ein bisschen schwierig mit der Zeitrechnung und dem Zeitgefühl rund um die Vision Pro, aber Apple hat ja nun einen riesen Vorlauf gehabt bei der ganzen Sache und sie hätten eben diesen Vorlauf ja auch anders nutzen können, vielleicht auch anders nutzen müssen, um dann jetzt auch die Attraktivität auch für die Käufer dann zu erhöhen, wenn wir noch wieder über den Preis sprechen. Ja, also da darf man gespannt sein, was da jetzt auf der Basis dieser neuen Initiativen, die wir jetzt gesehen haben, daraus erwächst und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie da noch mehr Gas geben. Ja, also es ist einfach, also das muss man wirklich sagen, das fühlt sich halt verstolpert an von dem, wie langsam das vorangegangen ist, weil ich glaube, da ist schon die Erwartungshaltung, dass zumindest Apple selbst mehr eigene Inhalte bis zu diesem Zeitpunkt geschaffen hätte und veröffentlicht hätte, wäre tatsächlich wünschenswert, glaube ich, gewesen. Einfach für diese frühen Kunden in den USA, die sich, glaube ich, dann nach einem Monat halt gefragt haben, okay, passiert da noch was? Nach zwei Monaten passiert da noch was? Nach drei Monaten passiert da eigentlich noch was? Und also da hätte irgendwie wirklich so eine klassische Content, so einmal in der Woche muss halt irgendein neues Filmchen kommen oder sowas. Das ist vielleicht ein bisschen viel erwartet am Anfang, aber da hätte irgendwie eine klarere Geschichte drumherum gebaut sein müssen. Auf der anderen Seite ist es halt so, ich meine, diese, auch diese immersiven Videos, die müssen ja eine eigene Sprache erstmal entwickeln und da muss sich auch erstmal über jemand überlegen, was funktioniert eigentlich und was funktioniert nicht und da konnte man jetzt auch schon sehen bei den Sachen, die Apple gezeigt hat, die dann auch diskutiert wurden mit so Fußballzusammenschnitten, ist das überhaupt sinnvoll und ist dieses Format irgendwie überhaupt das Richtige, um so einen Fußball-Highlight-Zusammenschnitt von so Torschüssen zu machen, weil du bist super desorientiert, zum Beispiel, wenn halt schnelle Kameraschnitte sind. Funktioniert einfach nicht, weil du plötzlich bist zu einer anderen Szene und du weißt gar nicht, wo du hinschauen sollst, weil du ja mittendrin bist in der Szene und dann schauen sich halt Leute irgendwie so irgendeinen Ordner am Spielfeldrand an, während halt links neben ihnen das Tor geschossen wird und du bekommst das nicht mit. Das ist halt relativ absurd und da ist halt, also man sieht das sozusagen auch bei Apple und selbst bei Apples Eigenproduktion noch vielleicht auch nicht jeder der Beteiligten mal eine Vision Pro anhatte und wusste, wie das eigentlich aussieht. Also das hat zumindest bekommt man dieses Gefühl dabei und das ist faszinierend zu beobachten, wie schwierig das da offensichtlich sozusagen selbst unter der eigenen Regie ist, da halt für Content zu sorgen und umso schwerer wird es halt extern sein für andere jetzt und deshalb sollte man, man darf hoffen, aber ich glaube, also ich würde da die Erwartungshaltung, wie schnell das jetzt geht mit dem Content, die würde ich relativ tief stapeln. Also definitiv kein fließender Übergang, ich glaube, darauf können wir uns verständigen und das kann man sicherlich auch bis zum jetzigen Zeitpunkt schon feststellen. Sprechen wir über die Zukunft. Es gibt zwei Komponenten bei der Zukunft. Es gibt die der Software, dafür haben wir klare Anzeichen und es gibt die der Hardware, da haben wir so wilde Gerüchte, über die wir sprechen können. Richtig. Bei der Software, wir haben jetzt ja auf der Weltentwickler-Konferenz WWDC im Juni ja Vision OS 2 vorgestellt bekommen, was jetzt als Beta auch ja da ist und was dann eben im Herbst dann ja eben final für die Vision Pro herauskommen wird. Wir haben eine lange Liste von Features, ich würde sagen, wir gewichten aber mal so ein bisschen, weil ich glaube, einige sind bedeutungsschwerer und andere eher ein bisschen weniger, einige kann man auch gruppieren, einige hatten wir ja auch schon. Los geht's mit dem Thema Bedienung. Da ist es so, dass angekündigt wurde, es soll neue Gesten für das Aufrufen des Control Centers geben und dann auch dieses Home View, also dieser Startbildschirm soll dann da leichter aufrufbar sein. Nebenbei auch das Home View soll auch anpassbar sein, eine Forderung, die sehr viele ja gleich erhoben haben. Ja, und die relativ absurd war, dass es halt nicht möglich war, deine Apps umzusortieren am Anfang. Also Vision OS 2 ist so ein bisschen Vision OS 1. Also Vision OS 1 war nicht Vision OS 1.0. Das können wir, glaube ich, abhaken. Und was jetzt kommt, sind einfach sehr wichtige und teilweise sehr kleine, aber trotzdem wichtige Verbesserungen, wie eben diese Umsortieren des Homescreens praktisch, was man vom iPhone halt als Homescreen bezeichnen würde. Das ist wirklich elementar. Und diese neuen Gesten wirken auf den ersten Blick auch so ein bisschen so, ja okay, aber sie sind tatsächlich ein extrem großer Schritt im Alltagseinsatz von der Brille, von dem Headset, weil du greifst einfach sehr oft auf diese App-Hauptansicht natürlich zurück oder häufig genug, als dass es halt bis jetzt nervend war, dafür praktisch einen Hardwareknopf zu drücken oder das über Siri zu machen. Das war halt Quatsch. Und das haben sie jetzt wirklich in einer sehr natürlichen und schon in der Beta sehr zuverlässig arbeitenden Geste halt integriert, die halt zusätzlich noch praktisch einmal Hand vor dich halten, bringt praktisch den Homebutton, den virtuellen Homebutton und Hand umdrehen bringt dann halt so ein kleines Hinweiszentrum mit Uhrzeit und Akkulaufzeit und dann kriegst du darüber auch noch das Kontrollzentrum und kannst auch noch die Lautstärke einstellen, was alles halt Funktionen sind, die man wirklich schnell greifbar haben will und die bis jetzt alle irgendwo schon waren, aber man musste immer sehr genau wissen, welche Knöpfe drücke ich jetzt und wo sind die jetzt versteckt und das Kontrollzentrum war super versteckt, wenn man die Augen halt ganz nach oben irgendwie führen muss, bis so ein kleiner Punkt erscheint und Leute waren da super genervt drüber, weil du da wirklich so Augengymnastik vollziehen musstest und also das sind halt jetzt diese praktisch zwei ist ein bisschen mehr eigentlich als zwei Gesten, die machen, machen die den Umgang mit dem Betriebssystem halt deutlich, deutlich angenehmer. Also den Augenmuskel hat es gefreut, aber den Nutzer nicht so sehr vielleicht, ja, das hätte man auch noch herausfinden müssen. Das nächste Feature ist glaube ich schon ein ziemlich großes, also das ist eine, die ja auch dann mit viel Beifall bedacht wurde und das ist die Erweiterung des virtuellen Displays, des Macs, dass man jetzt dann eben wegkommt von, man kann so ein kleines Display noch drüber klemmen hinzu, man kann jetzt ein Panorama-Display mit, ich glaube, die Größe von zwei, vier Kabelschirmen so, also es ist schon eine ziemlich große Nummer. Ja, sie haben sich irgendwie so die Vorstellung, dass du praktisch so ein gebogenes virtuelles Display dann um dich herumlegen kannst in verschiedenen Größen. Man muss dazu sagen, man kann es im Moment mit den Betas noch nicht ausprobieren, das ist was, was offensichtlich auch noch nicht im Herbst direkt zum Start verfügbar sein wird, sondern dann halt hoffentlich dieses Jahr noch irgendwann hinterherkommt und natürlich auch Mac OS 15 im Zusammenspiel voraussetzt. Aber das ist, glaube ich, schon entscheidend, dass du halt nicht mehr sozusagen dieses 2D-Fensterchen mit diesem einen mehr oder weniger 4K-Display praktisch dann von deinem Mac hast, sondern dass du den halt wirklich den Bildschirminhalt groß um dich herumlegen kannst und damit halt auch entsprechend Platz hast, da wirklich Fenster unterzubringen. Also ich erhoffe mir da relativ viel davon, weil für mich ist es halt, das hatte ich vorhin schon erwähnt, wirklich eine der zentralen Funktionen auch von der Vision Pro ist so ein bisschen tatsächlich diese Idee des externen großen Displays für den Mac. Und du hast ja dann auch, du hast ja auch dann deine normale Arbeitsumgebung, weil da ist plötzlich, wo wir wieder beim Thema Produktivität sind, da hast du halt deine Mac-Arbeitsumgebung und du hast halt einfach ein großes Display und dann kannst du dir noch irgendeine Umgebung setzen, wo du halt dieses Chaos im Büro oder so einfach ausblendest, das Chaos auf dem Schreibtisch einfach ausblendest und dann sitzt du irgendwo am Strand und hast einfach ein großes Display vor dir und jetzt siehst du halt auch noch deine Tastatur, weil die wird halt durchgeschleust und dann bist du plötzlich in einer ganz anderen, dann kommt leichtes Meeresrauschen, säuselt in deinen Ohren und du sitzt halt da und arbeitest auf diesem großen Mac-Monitor. Also das ist, das ist zumindest ein sehr interessanter, für mich sehr interessanter Aspekt der Vision Pro im Moment. Ja, also unabhängig von der Frage, ob man es nutzt, aber ich glaube in der Tat, das ist eigentlich das, ein ganz zentraler Punkt, der diesen Kauf auch rechtfertigt, weil man sagt, ich meine, das wird ja beworben als eben das räumliche Computing, dass ich nicht mehr eben auf einen kleinen Bildschirm reduziert bin, sondern dass ich eben von meinem Sichtfeld oder sogar von meinem Raum ja nun nahezu unendlich Gebrauch machen kann und es war ja unerklärlich, dass man eben dann trotzdem nur einen kleinen Bildschirm vom Mac dann eben nutzen konnte, einen kleinen Bildausschnitt sozusagen des gesamten Sehens und ja, ich unterschreibe diese These, dass Vision OS 1 eigentlich so eine Art, naja, ich würde mal sagen, Vision OS 0,8 und 0.8 war oder so, also kurz vor fertig, vieles ja schon sehr gut funktionstüchtig, aber eben viele Dinge, bei denen ich mich auch gewundert habe, als die Vision Pro im Februar rauskam, dass man es jetzt in über einem halben Jahr nicht geschafft hat, zum Beispiel die System-Apps, die essentiellen, selber auf Vision OS umzusetzen nativ und stattdessen immer noch auf iPad-Varianten zurückgreifen musste, das erschien mir in der Beta schon ein totaler Behelf, weil ich gedacht habe, okay, da sieht man den Druck und das hat nicht Priorität, aber als das dann in der Finalen drin war, habe ich dann doch mich etwas gewundert, muss ich ganz offen sagen, ja, und dazu, da reiht sich diese Frage des Virtual Displays auch ein Stück weit ein. Und das ein bisschen enttäuschende auch jetzt an Vision OS 2 im Moment zumindest ist so, dass Apple halt auch seine eigenen fehlenden Apps, vor allem zum Beispiel auch Apple-Karten, aber auch den Kalender, also auch wichtige, zentrale Apps, halt einfach bislang immer noch nicht angepasst hat. Ich meine, vielleicht passiert das noch, die Beta-Phase ist ja auch noch länger, aber es ist schon irgendwie erstaunlich, dass da intern auch irgendwie Teams das nicht als sonderliche Priorität zu sehen scheinen, was auch immer da intern abläuft und was da die Gründe dahinter sind. Es wirkt halt nach außen komisch, wenn deine eigene, also ich meine, du erwartest von den Entwicklern, dass die irgendwie ein riesiges App-Angebot schaffen, aber bekommst halt die eigenen Apps nicht angepasst und noch nicht mal Basis angepasst im Sinne von, hey, mach halt mal einen transparenten Fenster-Hintergrund und damit es halt irgendwie aussieht wie Vision OS anständig. Bora Bora ist jetzt als Environment künftig. Da sind wir ein bisschen, das ist so, also erstens ist Bora Bora sehr nettes Environment, sehr nette Umgebung, weil man sitzt halt einfach am Strand, das ist auch das, was ich gerade eben schon beschrieben habe, du hast dieses Meeresrauschen im Ohr und hinter dir ist. Also bräuchte keine Vision Pro. Und aber diese Umgebung, die unterstreichen auch, dass da alles furchtbar langsam vor sich geht, weil sie hatten halt schon zum Start, auch zum Verkaufsstart dann natürlich, waren diese Umgebungen halt drin, so eine Handvoll Umgebungen plus noch so ein paar Sound-Umgebungen, wenn man so will und die so ein bisschen das Licht, die Lichtstimmung anpassen und da waren schon immer dann so zwei Elemente, die so coming soon, und coming soon einfach mittendrin, das sah erstens super komisch in der Bedienung, in der Benutzeroberfläche, in der Oberfläche einfach komisch aus und dann hat es jetzt, dauert es jetzt bis Vision OS 2, bis halt einer davon, zumindest jetzt nach aktuellem Stand, nachgeliefert wird und da frage ich mich schon auch, ja, warum? Also ich meine, warum setzt Apple da nicht ein Team hin, was halt echt mal jeden, jetzt meine ich wieder irgendwie Anspruchshaltung, aber ich meine, wenn du so ein 4000-Euro-Gerät kaufst, dann willst du vielleicht auch mal alle paar Wochen ein neues, eine neue und die Umgebungen sind toll. Also das muss man dazu sagen, die Umgebungen, die sind wirklich fantastisch, also die sind ja auch wirklich praktisch virtuell generiert, also keine echten, also die Umgebungen gibt es teilweise in echt, aber es ist kein, wie soll man sagen, Foto davon, sondern es ist praktisch ein Nachbau, ein 3D-Modell davon und die machen schon viel aus, weil diese, du kannst dich ja sofort in diese Umgebungen versetzen und die blenden halt deine Umgebung auf der Stelle auch damit, deine echte, deine physische Umgebung auf der Stelle aus und deshalb sind die ein sehr wichtiges Element. Ja und sie sind natürlich, auch da sieht man einen extrem qualitativen Unterschied zu dem, was andere Mixed-Reality-Headsets bieten. Du kannst, du kannst dich aber Meta auch in diese Comic-Atmosphäre da versetzen, aber dann möchtest du eigentlich gleich wieder schreiend rauslaufen, wenn du die gesehen hast und das ist halt ein riesen Unterschied. Andererseits zeigt sich hier in der Tat, wie aufwendig das augenscheinlich ist, also dass diese Environments tatsächlich enorme Ressourcen in Anspruch nehmen, womöglich auch extrem viel Kosten, Apple sie stellen zu lassen und ich muss ja sagen, mir kam gleich der Gedanke Watchface so in den Sinn, also das kennen wir doch von der Apple Watch, dass wir einmal pro Jahr zwei, drei neue Zifferblätter mal spendiert bekommen und alle Welt redet immer davon, ach was wäre es doch fein, wenn Apple das mal für Dritte öffnen würde und ich prophezeie, bei der Vision Pro könnte eine ähnliche Diskussion über kurz oder lang dann auch kommen, wenn das dann so weitergeht. Ja, es ist ein bisschen zu befürchten, dass sie dann auch nicht wieder irgendwie Angst haben, da die Kontrolle zu verlieren oder dass irgendjemand mal eine hässliche Umgebung bauen könnte oder sowas, aber es ist halt schon relativ absurd. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es auch für, also ich meine, es gibt ja, Drittentwickler können ja zum Beispiel ihre eigenen Umgebungen in ihren eigenen Apps integrieren, es gibt halt keine Schnittstelle, die das praktisch systemweit abbildet. Man sieht ja, Disney Plus ist ja eine der wenigen, die das halt gleich zum Start gemacht haben, so ihre eigene Kino-Umgebung und halt Tatooine, so ein bisschen Star Wars-Flair da irgendwie reinzubringen, aber das, der Aufwand ist wahrscheinlich schon da, also das musst du erst mal bauen, diese Umgebung, sodass die wirklich ansprechend sind und gut aussehen. Aber ja, ich glaube, da erwartet man von Apple irgendwie mehr dann unterm Strich, gerade bei einer neuen, bei einer neuen Plattform. Die nächsten beiden Punkte können wir überspringen. Ich nenne sie trotzdem nochmal nachrichtlich, aber die hatten wir vorhin ja schon, einerseits, dass die Maus verbunden werden kann und andererseits, dass das Keyboard jetzt auch im Environment sichtbar wird, was so, sag ich mal, die Beweggründe sein könnten, haben wir ja schon vorhin analysiert. Sehr interessanter Punkt, auch glaube ich, einer der Kernkritikpunkte jetzt schon so ab Minute eins, dass der Gastmodus nicht mehr vergesslich ist. Also war es ja so, wenn man jemanden als Gast dann angemeldet hat, in dem Gerät, sobald dann die Brille wieder abgenommen wurde und das könnte ja schon mal vorkommen, dass man die mal kurz abnehmen muss, war halt alles wieder vergessen und jetzt dann künftig wohl nicht mehr. Ja, und man musste, also man kann sozusagen ein Profil praktisch speichern und gespeichert lassen, sodass man zumindest diese Situation, dass der Partner zum Beispiel halt immer mal die Brille zwischendurch bekommt oder naja, also dass man das im eigenen, im eigenen, oder zumindest mal ein Kollege oder sowas oder wie auch immer, was für eine Konstellation auch immer man halt hat. Also es geht praktisch für den einen Hauptnutzer und sagen wir einen Gast, dafür lässt sich es relativ gut jetzt managen, aber darüber hinaus hat man halt wieder das Alte doch. Also es ist immer noch kein, also man darf sich kein Mehrbenutzersystem vorstellen. Das ist bei Apple so eine Sache, wo sie echt Schwierigkeiten haben, das irgendwie zu bauen und außerhalb von irgendwie Firmeneinsatz zu öffnen. Das ist ein bisschen frustrierend zu beobachten und das ist bei der Vision Pro jetzt leider auch immer noch so. Ja, es ist halt echt Ausdruck einer Philosophie bei Apple, dass Geräte nach ihrer Fassung halt immer sehr individuelle Geräte sind und auf abstrakte Weise, sag ich mal beim iPad, das ist ja gar nicht so individualisiert, das hat ja nicht eine individuelle Passform, ob du jetzt große oder kleine Hände hast oder dergleichen, aber bei der Vision Pro da natürlich in erschwerter Weise, weil sie sagen, es könnten ja Korrektureinsätze drin sein, die man erst ändern müsste, das Lichtsiegel ist dann entsprechend individualisiert und die Bänder unterschiedlich eingestellt und dann umso unwahrscheinlicher erscheint es mir, dass sie da relativ schnell den Mehrbenutzermodus entdecken, wenngleich das in manchen Familien die Lage deutlich erleichtern würde, sich so ein Gerät anzuschaffen. Aber gut, ich meine, das scheint keine Rolle zu spielen. Die Persona kriegt bessere Hauttöne und Kleidungsfarben und die Handbewegungen sind etwas besser. Ja, da können wir uns ja vortrefflich über die Qualität der Handbewegung der Persona unterhalten oder die Hautfarben. Wie siehst du denn das generell? Ich meine, die hat ja jetzt mit Vision OS, war das 1.1 oder 1.2? Ich glaube, 1.1 war das schon. Es ist ja schon überarbeitet worden und hat ja bessere Frisuren dann bekommen. Ich muss ja sagen, es gibt ja einige Kollegen, die tauchen immer mal wieder als Persona in Gesprächen auf. Ich finde es immer noch skurril. Also ich weiß ich nicht. Nee. Also ich glaube, die Persona funktioniert nur, wenn alle sich als Personas treffen. Also wenn sozusagen sich in der normalen Videokonferenz Personas einschmuggeln, dann ist das eigentlich immer ein Graus und Desaster. Wenn du aber die Personas in diesem ja inzwischen möglich freien Raum praktisch positionierst, die sind ja auch, das kam ja auch irgendwie mit Version 1.1 oder wann auch immer Apples da eingeführt hat, dann sind die jetzt relativ lebhaft, weil du die halt wirklich wie so Figuren um dich herum, also natürlich immer noch nur der Kopf und halt ein bisschen Schulterbereich und diese plötzlichen geisterhaften Hände. Aber die, also mit den Personas sind sie schon schnell vorangegangen. Also bei den Personas kann man, glaube ich, die deutlichste und schnellste Weiterentwicklung in diesem ganzen Vision Pro Bereich sehen. Und das war offensichtlich auch ein Fokus von Apple und nicht zu Unrecht. Und ich glaube, es gibt auch im Moment zumindest nichts Vergleichbares halt auf dem Markt. Also ich meine, Meta bastelt da ja an seinen eigenen Codec-Avataren oder wie auch immer sie heißen, aber scheinen da ja mitunter auch noch weit wirklich davon entfernt zu sein, dass du halt ein System hast, was dich irgendwie in so einem Zwei-Minuten-Setup halt einscannt und halt diese 3D-Figur von dir erschafft. Das ist, also ich bin davon nach wie vor, bei all ihrer Creepiness und Komischheit bin ich nach wie vor ziemlich beeindruckt von diesen Personas, muss ich sagen. Also das ist, das ist schon. Ich glaube, die entwachsen ja auch gerade so ihrer Behelfs, im Behelfs-Charakter, den sie anfangs hatten. Also es war ja in der Tat so, dass sie ja eher den Behelfs-Charakter hatten, weil sie so sozusagen, du konntest ja eben die Person nicht mit einer Kamera zeigen, weil die Kamera drin drin ist und auch generell, weil es komisch aussieht, wenn die Kamera das Headset trägt und deshalb wurde ja die Person oder hat man die Person anfangs ja eingeführt eben sozusagen als Ersatz-Webcam dann, dass du eben in Konferenzen auch auftauchen kannst mit diesem Computer. Wir haben jetzt auch mit Shareplay für das gemeinsame Video betrachten ja schon das erste Mal gesehen, dass das jetzt entwächst, dass da jetzt eben so dieses wir können räumliche Treffen abhalten, ohne räumlich vor Ort zu sein, jetzt kommt. Und da greife ich mal einen weiteren Punkt vor, Shareplay für Fotos, geht ja da auch den nächsten Schritt. Also die langweilige Diashore mit den Ägyptenbildern von Freunden kann man sich jetzt auch dann immer ein bisschen pro und künftig angucken, ins Böse gesagt. Und es gibt natürlich auch viele schöne Anwendungen dafür. Ja, ja, also ich meine überhaupt halt, ich meine sowohl in einem, das ist sozusagen das sehr private Beispiel mit dem Fotoabend von irgendwie im Urlaub und natürlich das andere Beispiel ist halt natürlich klassischer irgendwie im Firmenkontext halt irgendeine Whiteboard-Präsentationsgeschichte oder irgendein Projekt, an dem man halt zusammenarbeitet und sich dann halt darum als virtuelle Personas kopiert. Also bei Apple fehlt noch so ein bisschen, das ist ja was, wo Meta tatsächlich gefühlt einen Tick tatsächlich, die Nase vorne hat, ist ja praktisch diesen Workroom, wir haben das ja auch mal ausprobiert zusammen damals mit der Quest, diese Workrooms zu gestalten, die ja wirklich als virtuelle Meetingräume halt aufgelegt sind und auch ziemlich, schon ziemlich, also da hat sich auch jemand schon sehr viel Gedanken drüber gemacht. Du siehst natürlich sehr comichaft aus, weil die Modelle halt und da sind die Personas eigentlich viel besser, aber du hast halt so, du bist halt in so einem Meetingumfeld, was dann doch irgendwie, finde ich so, von dem Funktionsumfang relativ gut funktioniert, aber auf der anderen Seite, das, was Apple jetzt mit den Special Personas gebaut hat und auch die Möglichkeiten, die halt Apps haben, um da diese Personas zu gruppieren, zum Beispiel um eben halt ein Whiteboard oder um irgendeinen Arbeitskontext, da lässt sich, glaube ich, schon noch viel bauen und basteln und es ist halt nach wie vor eine von diesen großen Chancen von diesem Headset, die halt sich auch erst erfüllen, wenn sich das halt weiter verbreitet. Sei es halt zumindest mal in Firmen für verschiedene Teams, die halt remote sitzen oder sei es halt im Privaten, weil also den Dia-Abend mit der erweiterten Familie und der Vision Pro, das wird noch ein paar Jährchen dauern, glaube ich, außer du hast irgendwie so eine Familie, in der halt jeder sich 4.000 Euro Headsets kauft. Also das ist halt, ja. Ich glaube tatsächlich im Business-Kontext, dass es jetzt gerade wieder seine Chance bekommt. Also die Vision Pro wurde ja nun maßgeblich entwickelt zu Corona-Lockdown-Zeiten, wo ja relativ klar war, im Business-Kontext könnte sie eben dann sozusagen die Präsenz herstellen, die gar nicht erlaubt ist. Und dann kam sie aber genau in diese Aufbruchszeit rein, wo eigentlich alle wieder in die Freiheit strömten. Und jetzt sind wir immer ja gerade im Business-Kontext an so einem Punkt, wo wir vermehrt ja Diskussionen vernehmen, auch aus IT-Unternehmen, dass es einen Streit, einen Richtungsstreit gibt. Die Chefs, die irgendwie ja schon mehr Wert auf Präsenz liegen und die Leute, die auch der festen Ansicht sind, dass aus solchen Meeting-Situationen mehr erwachsen kann, als wenn alle in irgendwelchen Konferenzen hocken. Und auf der anderen Seite die Mitarbeiter, die sich daran gewöhnt haben, die auch mehr und mehr in einer fordernden Position sind, weil sie auch in Zeiten des Fachkräftemangels das einfach können und sagen, ein Stück weit habe ich gewisse Erwartungen an diesen Job, damit ich noch herkomme. Beziehungsweise es haben sich ja auch viele Arbeitsverhältnisse entwickelt, wo die Leute auf Distanz dann tatsächlich arbeiten. Und das ja auch gar nicht so einfach zu bewerkstelligen ist, mal wieder ins Büro zu kommen, jetzt wie früher. Und da könnte die Vision Pro natürlich eine große Rolle spielen, weil du hast es ja gesagt, ich fand das auch sehr faszinierend, alleine schon mit diesen wirklich grauenhaften, comichaften Avataren, der Quest, aber dieses Gespräch, was wir beide geführt haben, hatte einen viel realeren Charakter und wirkte viel persönlicher als eben jede Situation, wo wir hier zweidimensional auf irgendwelchen Fenstern uns da wiederfinden. Und mit der Persona bekommt das ja nochmal so einen ganz anderen Grad an Realismus. Egal wie creepy es dann am Ende dann auch ist. Also das Problem der Persona ist ja auch dieses Uncanny Valley, dass wenn etwas sehr realistisch ist, aber nicht realistisch genug und dann irgendwie dann schon wieder unheimlich wirkt. Du hast diese wehenden Hände zum Beispiel genannt oder ich sehe das häufig in Konferenzen, dann, ich weiß nicht, ob das so ein Timelag ist oder ob der Kollege sich dann da irgendeinem Menüfenster parallel aufruft, dann ist auf einmal so eine merkwürdige, so Siri-artiges Licht ist dann vor seiner Nase und so weiter. Und ja, ich weiß nicht, dann, das lässt dann immer so ein bisschen irritiert zurück. Was passiert denn da jetzt gerade? Aber in dem Kontext, alle machen das gemeinsam, hat das natürlich dann, wie du ja schon gesagt hast, eine ganz andere Qualität. Ja, die nächsten Punkte können wir vielleicht mit Blick auf die Zeit auch ein bisschen schneller eben durchgehen. AirPlay wird erweitert und spiegelt dann oder kann künftig auch iPhone und iPad-Inhalte auf die Vision Pro spiegeln. Ja, das kann man nichts gegen sagen. Nee, kann man nichts gegen sagen. Apple kann da halt seine Stärke ausspielen, dass sie halt diese ganzen Integrationen eigentlich sowieso schon haben. Auch diese Funktion, die ja jetzt in der EU noch, mal sehen, wann sie kommt, das iPhone-Mirroring auf dem Mac, ist ja auch was, was du lustigerweise über dieses Mac-virtuelle Display dann in die Vision Pro bekommst. Das heißt, du steuerst sozusagen über das virtuelle Mac-Display das iPhone in der Vision Pro. Das ist natürlich sehr lustig, über drei Ecken ein bisschen, aber es ist halt eine Möglichkeit, die jetzt praktisch mit Mac OS 15 dann am Horizont aufzieht und die dann unterm Strich natürlich auch die Vision Pro immer so ein bisschen mitnützlicher macht und deshalb guter Schritt, guter Schritt weiter auf jeden Fall sinnvoll, das alles zu verzahnen. Auch der Zug-Support beim Travel-Mode ist ja eigentlich naheliegend, dass der auch noch kommen musste, dass man eben nicht nur ein Flugzeug, dieses Tracking-Problem hat. Ich hatte das ja damals im Februar, genau, ich hatte das im Februar ja ausprobiert im Zug und ich bin ja völlig gescheitert, also wenn man irgendwie am Bahnhof bei stehendem Zug in die richtige Richtung geschaut hat, dann konnte man das offensichtlich schon aktivieren. Ich habe es beim Fahren während des fahrenden Zugs versucht zu aktivieren, aber hat nicht funktioniert, weil dann gab es Tracking-Warnungen, Vision Pro kann nicht richtig das Tracking vollziehen und das ist sinnvoll, dass sie das jetzt erweitert haben, weil dieser eben auch im Flugzeug, dieser Modus, das ist schon wichtiger und man sollte ja hoffen, dass Leute auch eben den Zug vermehrt nutzen und auch im Zug dann arbeiten und das ist natürlich ein Element von dieser Zugnutzung, die wichtig ist und ich glaube, da ist auch wichtig, dass so ein Gerät wie die Vision Pro da auch einfach an Bord ist und nicht nur sagt, hey, bei uns wird nur geflogen und nicht im Zug gesessen. Das nächste Thema ist, was Großes und gleichzeitig, es fasziniert mich gleichzeitig und lässt mich ein bisschen ratlos zurück, warum es jetzt erst kommt, das ist diese Möglichkeit, Spatial-Fotos eben aus dann vorhandenen Bildern zu machen, also sprich, man hat flache 2D-Bilder und die werden dann durch den Computer analysiert und an eine Räumlichkeit versetzt. Wir haben das ja nun in diesen Etappen gesehen, Apple stellt die Vision Pro vor und man kann damit solche Spatial-Videos zum Beispiel anfertigen, dann kam der Support für das iPhone 15 Pro und Pro Max, dass man damit dann auch diese Sachen aufnehmen kann. Jetzt dann dieser Schritt, dass jetzt Räumlichkeit auch auf Archive angewendet werden kann. Ist das jetzt ein bisschen Verzweiflung, dass sie jetzt auf diese Weise jetzt ganz schnell sehr viel, sehr viel persönlichen Inhalt kreieren wollen oder denkst du, ist da ein roter Faden erkennbar, dass das einer Strategie folgt? Im roten Faden weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall eine, glaube ich, sehr, sehr nützliche Erweiterung, die sie da jetzt bringen, weil es halt einfach die ganze, das ganze Archiv oder die ganze Bibliothek halt an bestehenden Fotos damit auf einmal verfügbar macht oder die Option, die es gibt, jedes dieser Fotos halt plötzlich räumlich, zumindest mal automatisiert, räumlich werden zu lassen. Es funktioniert, bei manchen Fotos funktioniert es besser, bei manchen funktioniert es schlechter, je nachdem, wie das Motiv ist, aber es ist insgesamt eigentlich schon sehr, es ist eine sehr coole Funktion und diese räumlichen Fotos, die haben etwas, also das kann man denen nicht absprechen und diese Räumlichkeit hat tatsächlich so ein bisschen verstärkt dieses Gefühl, diesen Moment nochmal greifen zu können, gerade wenn man das halt mit seinen persönlichen Fotos sich anschaut und Apple hat ja da offensichtlich jetzt auch in den USA clevererweise bei den Demos von der Vision Pro dazu übergegangen, dass Leute ihre eigenen Fotos da mitbringen können und halt mal in die, weil Apple halt weiß, auch wie mächtig das ist, wenn du deine eigenen Fotos plötzlich dann nochmal räumlich siehst oder deine eigenen Panoramen, mit dem iPhone aufgenommenen Panoramen, das ist recht, das ist sehr, sehr beeindruckend, auf jeden Fall, also es ist sicher einer der besten, eine der besten Seiten von der Vision Pro ist diese Fotoräumliche Fotos, räumliche Videos und Panoramageschichte. Ja, selbst im 2D-Bereich, also jetzt ohne diese Überarbeitung, ist Apple schon stärker rangegangen, eben zu sagen, das ist jetzt auch wirklich ein Anwendungsfall, den man nutzen kann und wo man eben die Bilder, ich meine, das Paradebeispiel sind die Panoramabilder, die ja bislang eben nicht irgendwie displayfähig waren, wo man halt, mit denen man eigentlich nichts anfangen konnte und die jetzt plötzlich dann einen ganz anderen Wert dann eben bekommen, dadurch, dass du sie dann halt in dein gesamtes Sichtfeld dann zaubern kannst. Ja, dazu passt ja auch, dass die überarbeitete Fotos-App, die wir aber ja übergreifend sehen, also wir sehen jetzt ja in der kommenden Betriebssystem-Version eine eher in Richtung geschichtenerzählende Fotos-App, die so ein bisschen wegkommt von diesen reinen, ja, sag ich mal, Aufbewahrungs-Finder-Container-Suchfunktionen. Ob das gut oder schlecht ist, wird man sehen müssen, also das ist ja in hohem Maße Geschmackssache. Ich persönlich bin eigentlich eher so ein Fan von der klassischen Archivsoftware und möchte eigentlich nicht zu jeder Geschichte oder sich zu jedem Foto, was ich dann da reinlade, eine Geschichte erzählt bekommen. Gleichwohl sind ja diese KI-generierten Filmchen ja auch recht nett anzusehen und auch recht treffsicher. Wird man in der Praxis sehen müssen. Würde ich auch jetzt nicht so Vision Pro zentriert sehen, sondern das ist dann eher so diese klassische übergreifende Funktion. Dann? Ja, hängt leider auch in Vision OS, hängt die Fotos ab insgesamt noch hinterher, weil du kannst halt immer noch keine Fotos bearbeiten, auch in Vision OS 2 nicht. Videos kannst du zumindest mal trimmen am Anfang und Ende und ein bisschen zusammenschneiden. Aber man sieht, auch da ist Vision OS halt einfach noch deutlich hinterher zu dem, was man halt vom iPhone einfach als Selbstverständlichkeit gewohnt ist. Dann Vision OS 2 runden wir damit ab mit zwei Features, die in die Richtung gehen, was wir vorhin schon ein wenig diskutiert haben. Videobearbeitung in der Fotos-App, also sprich auch da funktionelle Erweiterung, aber dass man eben auch seine Inhalte dort eben erstellen kann und eine Schnittstelle zur Final Cut Pro für das Video-Editing, also dass man eben auf der Vision Pro entsprechend die Videos dann eben auch vor die Vorschau geben kann. Alles ja funktionelle Erweiterungen, die ja sehr nützlich sind, die aber auch so zeigen, dass das Apple schon eben auch dahin gehen möchte, mehr, dass die Leute halt auch Inhalte für dieses Gerät erstellen oder mit diesem Gerät erstellen, also eben so in diese Creator-Richtung vielleicht auch ein Stück weit dann da gehen. Das muss man noch ein bisschen abtrennen, weil du kannst halt, also da sind die, das sind die räumlichen Videos spezifisch, die ja praktisch auch eben so kleinere stereoskopische Videos sind, die du auch aufziehen kannst, aber die haben praktisch nicht dieselbe Umspannung wie halt die richtigen Apple Immersive Videos, also da bist du nochmal einen Schritt davor und da haben sie ja auch, also mit Canon zusammen halt, dass du dann zumindest mal so ein Objektiv mit zwei Linsen dir kaufen kannst, irgendwann im nächsten Monaten und dann halt diese räumlichen Fotos, die du jetzt ja, oder räumlichen Videos, die du jetzt auch schon mit dem iPhone machen, mit dem iPhone 15 Pro machen kannst, um das halt auch ein bisschen breiter aufzustellen, weil das natürlich auch interessant ist, aber es eher so praktisch den Hobbyisten anspricht, Leute, die halt sich eine klassische Kamera gern kaufen und damit fotografieren und natürlich ein bisschen auch die Content-Schiene, aber die wird nochmal eine andere Form von Content sein, als das, was jetzt so spezifisch mit Apple Immersive Video ist ja eher so gleich so Hochglanzproduktion, das ist nochmal eine andere Welt. Mit Blick auf unsere Vision Pro Zuschauer dieses Podcast, wenn sie den über YouTube schauen dürfte, jetzt schon längst das USB-C-Kabel eingesteckt sein in die Batterie, damit die Laufseite nicht ganz, aber bald. Ja, genau. Aber jetzt kommen wir auch schon zu unserem letzten Punkt und das ist die Zukunftsfrage mit Blick auf die Hardware, die Frage oder generell, wo geht die Reise hin für die Vision Pro? Wir hören Gerüchte über eine billigere Vision ohne Pro Ende 2025. Generell hören wir ja, dass die Pro, die Pro 2 ja erstmal in der Priorität mindestens ein bisschen zurückgenommen wurde, dass Apple jetzt einen anderen Zeitplan verfolgt oder die Priorität ein bisschen geändert hat. Was denkst du, wo geht die Reise für die Vision Pro jetzt in nächster Zeit hin? Ich glaube, die spannende Frage ist halt, wo ist diese preisliche Schmerzgrenze, wo du halt wirklich einen größeren Markt erschließt? Und ich meine, da haben wir ja auch schon irgendwelche Gerüchte, die halt so von 1500 bis 2000 Dollar sprechen, also nicht ganz eine, ja, oder so plus minus eine Halbierung des Preises, des US-Preises jetzt gesehen. Vielleicht dann sagen wir auch einfach 2000 Euro, da hätten wir eine Halbierung des Euro-Preises. Und dann stößt du sicher ein anderes Segment vor. Die Frage ist da natürlich, welche Kompromisse Apple dafür eingehen muss, was die Hardware angeht. Und ich glaube, die Kernfrage da dran geknüpft ist halt, was schaffen sie halt, diese zwei kleinen Displays in einer ähnlichen Qualität irgendwie zu finden von irgendeinem Zulieferer am Schluss und produzieren zu lassen in den Mengen, die sie sich vorstellen und vielleicht brauchen und halt das preislich in diese Marke zu bringen, dass das halt unter 2000 Euro oder halt zumindest mal 2000 Euro kostet. Weil ich glaube, dann ist halt die Hardware, bei 2000 Euro, glaube ich, denken deutlich mehr Leute auch mal drüber nach, die vielleicht sagen, okay, dann mache ich das nur so als mein privates Spielfilm und Serien- und Entertainment-Ding, das wird mir schon reichen. Oder die, die sagen, hey, dann benutze ich das einfach als unterwegs, wenn ich im Hotel bin, benutze ich das halt als meinen großen Monitor für den Mac. Also ich meine, da sind so viele sehr spezifische Anwendungsfälle, aber halt auch massenkompatible Anwendungsfälle, die einfach viele Leute haben, glaube ich, die sowieso schon in dem Ökosystem auch drin sind, die auch dann bereit sind, vielleicht auch dieses Geld dafür in die Hand zu nehmen und sagen, okay, da ist jetzt ein sehr klarer Mehrwert plötzlich und dieser Mehrwert kostet halt nicht 4000 Euro, sondern 2000 Euro ist, glaube ich, irgendwie verschmerzbarer unterm Strich und wenn du da irgendwie einen greifbaren Anwendungsfall hast und wenn Apple halt bis dahin auch geschafft hat, die Content- und App-Seite deutlich voranzutreiben, sieht es, glaube ich, mit der ganzen Plattform deutlich spannender aus als im Moment. Also für mich ist die Frage, mit welchen Kompromissen kommt die Lite-Variante daher, weil im Moment sieht es ja nicht danach aus, als wenn jetzt ein neues High-End-Modell sozusagen die Vision Pro 1 in das günstige Segment verschiebt, dann wäre ja relativ klar, bin ich bei dir, 2000 Euro dürfte viele mehr reizen, als eben 4000 Euro dafür auszugeben. Im Moment sieht es ja eher danach aus, Vision Pro 1 bleibt so das Maß der Dinge bei High-End, Vision Pro Lite wird dann eher eine abgespeckte Variante und wo speckt Apple denn ab? Sag mal, Außendisplay ist sicherlich eine Sache, wo viele gut drauf verzichten können, was Apple wichtiger ist als die Nutzern, zumal man es selber ja eh nicht sieht und ich glaube auch, dass dieser, also ich habe noch niemanden gehört, der jetzt wirklich sich dafür begeistern konnte, dass sein Umfeld so toll noch eingebunden ist. Ich glaube, ein Stück weit ist das zumindest in der jetzigen Nutzerschaft auch ein Problem, was eigentlich Apple erst entdeckt hat, was ein Problem sein könnte. Ich glaube, es ist ein Mittelfristproblem. Es ist eigentlich ein Problem in dem Moment, wenn mehr Leute, auch solche, die nicht so Mixed Reality affin sind, anfangen, die Vision Pro zu nutzen und die Vision Pro in soziale Kontexte vorstößt, wo es dann als merkwürdig empfunden wird, dass jemand die trägt. Die Geeks und Freaks, die sie jetzt tragen, das sind sowieso Leute, wo keiner irgendwelche Erwartungen jetzt hat, dass da besondere soziale Interaktion ständig stattfinden muss oder so. Also da ist es nur unkritisch. Und das wäre vielleicht so eine Abspeckmöglichkeit. Bei anderen Dingen sehe ich es eher schwieriger. Weißt du, ich bin eigentlich, ich sehe diese Diskussion, es wird ja mal gesagt, Vision Lite, also ich nenne sie jetzt mal Vision Lite, despektierlich, das ist die oberste Priorität. Vision Pro 2 kann man auch nach hinten schieben. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich finde eigentlich für die Frage, wie relevant ist dieses Gerät für die Zukunft, wäre es eigentlich auch sehr wichtig, zeitnah zu sehen, wo Apple jetzt weitermacht, wo Apple seine Schwerpunkte setzt bei der Fortschreibung, mit welchem Tempo sie technologisch auch weiterkommen in der ganzen Sache, sprich Miniaturisierung. Das haben wir damals beim iPhone und beim iPad ja sehr stark gesehen. Gerade beim iPad fand ich das sehr faszinierend. Wie schnell das aus diesem Riesending mit dem bauchigen Brücken, was du nicht gerade hinlegen konntest, weil es immer hin und her schaukelte, ganz schnell ein ziemlich geniales Gerät geworden ist. Ja gut, also iPad 1 zu iPad 2, das war glaube ich also ein unfassbarer Sprung in der Geschichte von Hardware aus diesen Kategorien, muss man wirklich sagen. Hatte für Apple den Vorteil, dass sehr viele Leute iPads und vor allem das iPad 2 gekauft hatten, sich haben, hat aber den Nachteil, dass das iPad 2 auch über Jahre im Markt geblieben ist, weil dann die Leute mit ihrem iPad 2 einfach so super zufrieden waren, dass sie sich dann kein neues mehr gekauft haben über viele, viele, viele Jahre und das dem iPad vielleicht auch so ein bisschen gar nicht so gut getan hat im Nachhinein betrachtet. Aber ich denke, jetzt ist glaube ich, es ist halt einfach die Zeit gekommen, wenn sie die Basis jetzt gelegt haben, dass sie die Hardware halt in mehr Hände bringen müssen und das lässt sich am Schluss tatsächlich glaube ich nur über den Preis erreichen und eigentlich müssten wir da hin, wo halt die Meta-Request ist. Also die müssen eigentlich, müsste das Headset 500 Euro kosten, also ein Preisbereich, wo du sagst, okay, das ist nicht wenig Geld, aber es ist auch nicht so, es zerreißt es einen halt praktisch, weil die 4.000 Euro ist einfach schmerzhaft zu sagen, ich kaufe mir für 4.000 Euro was, was halt in der Schublade landet. Für 500 Euro ist auch ärgerlich, aber es ist halt nicht so ärgerlich. Also so wie damals sich Leute halt die erste Apple Watch gekauft haben, hast gesagt, okay, es sind halt vielleicht 400, 500 Euro, so lange du nicht die Gold-Version gekauft hast. Das war der schlechteste Deal anzeigen. Das war der nicht so optimal Deal, aber ich meine, du hast halt 400, 500 Euro praktisch investiert und dann gesagt, okay, mal sehen, ob das jetzt irgendwie so ein Ding ist mit der Apple Watch und das ist natürlich einfach eine andere Preisregion und da muss auch die Vision, ich sage spezifisch nicht Vision Pro, sondern die Vision muss halt da hinkommen, dass sie natürlich irgendwie in dieses Preissegment runterkommt, früher oder später zumindest. Das wird sicher noch lange dauern. Ich glaube nicht, dass die erste sozusagen günstigere Vision irgendwie im dreistelligen Bereich landet. Ich glaube, das ist eine Illusion, aber ja, Meta, also Quest und Vision Pro sind jetzt an diesen zwei Enden und irgendwo müssen sie sich, irgendwo müssen sie sich treffen. Also wenn man den Vergleich nochmal zum iPad zieht, dann ist eigentlich die Vision Pro da, wo das iPad sich über die Zeit ja erst hinzuentwickelt hat. Deshalb fand ich diesen Vergleich auch gerade ganz gut. So dieses, am Anfang war es ja sehr explorativ. Also es war eigentlich schon, ich fand, das iPad war einleuchtender als Gerät für mich jetzt in meinem Alltag als die Vision Pro. Ja. Trotzdem war es ein Preis, der es den Leuten ja erlaubt hat, einfach mal damit zu experimentieren und jetzt nicht gleich so das Gefühl zu haben, wow, ein Teil meines Vermögens geht in dieses Commitment jetzt auf. Und dann hat sich das iPad ja über die Jahre hin zum doch deutlich teureren Gerät entwickelt. Wenn man sich die aktuellen Preise für ein iPad Pro mal ansieht, klar ist es nicht das Maß der Dinge, es gibt doch das iPad Air und das iPad der 10. Generation. Trotzdem, die sind alle schon ja mindestens ein bisschen, wenn nicht deutlich teurer, als eben das iPad damals war, als es eingeführt wurde. Kurioserweise. Ich meine, am Anfang der Entwicklung rechnet man eher mit höheren Preisen. Und die Vision Pro ist ja eigentlich ja, wenn man jetzt diese gleiche Preisentwicklung zugrunde legt, da frage ich mich, wo die Vision Pro mal landen sollte in 10 Jahren, möchte ich mir gar nicht vorstellen. Deshalb muss ja eigentlich die Preisentwicklung bei der Vision Pro, egal ob als Light-Variante oder eine Hauptvariante, eigentlich ja rückwärts sein, was für Apple-Verhältnisse recht ungewöhnlich ist. Vielleicht sorgt das ja auch so ein bisschen für Argwohnen. Also vielleicht sorgt das ja auch so für die Vorsicht der Nutzer, der Interessenten, dass sie sagen, ja, wenn der Einstiegspreis für das erste Modell, was eigentlich noch nicht wirklich dann ausgegoren bis zum letzten ist, wie bei anderen Geräteklassen schon 4000 Euro kostet, will ich denn eigentlich in dieser Ära überhaupt jetzt schon mit dabei sein? Also ja, es ist schwierig. Insofern bin ich wirklich sehr gespannt, wie die Entwicklung weitergeht. Und es ist aber auch interessant, wenn wir tatsächlich erst Ende 25 wieder was hören und sehen in Richtung Vision Pro, wie viel langen Atem Apple da von Anfang an auch beweist. Weil am Ende ist es ja gerade so, am Anfang musst du ja stärker noch eine Geräteklasse rechtfertigen. Nachher ergibt sich das ja eher so, sag ich mal, die große iPad-Pause, die wir jetzt hatten. Klar haben viele darüber wehgeklagt, aber der Weltuntergang war es ja noch nicht, dass das iPad dann zwischenzeitlich nicht erneuert wurde. Ja, ich glaube, also Apple muss halt aber auch unter Beweis stellen, dass sie halt diese Plattform nicht selbst zwischendurch vergessen. Und ich glaube, das können sie nur unter Beweis stellen, wenn sie halt da kontinuierlich auch einfach in, also Content, auch ganz banal Content liefern und eben sowas wie diese Umgebungen liefern und sich halt zeigen, dass sie sich auch darum scheren. Weil man kann sozusagen auch eine Plattform halt, wenn die Plattform erstmal für tot geglaubt wird, in der Öffentlichkeit, dann ist das einfach ein schlechtes Zeichen, was nur Apple praktisch ausräumen kann. Und sie müssen jetzt beweisen, dass sie da irgendwie auch den langen Atem haben und auch bereit sind, da einfach Geld reinzupulvern mit dem unklaren, mit einem unklaren Endpunkt und Ergebnis am Schluss. Aber da muss, da finde ich, hat Apple ein bisschen zu wenig getan in den letzten Monaten. Also schon, dass sie da irgendwie keine neue Keynote drum gebastelt haben, als das halt rauskam mit dem Verkaufsstab. Es sind ja sehr ungewöhnliche Strategien teilweise gefahren, wo man so das Gefühl hatte, so ganz steht da irgendwie, die ganze Firma steht da nicht so ganz richtig. Irgendjemand hat da irgendwie auch keinen Bock drauf und sagt so, ja, und das ist eine seltsame Spaltung, die nicht gut ist. Ja. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Und wir hatten ja vorhin auch so die Frage von, dass Apple selber, welches Bild hat Apple selber von seinem Produkt? Und natürlich muss ein Unternehmen ein gewisses Selbstvertrauen ausstrahlen und eine gewisse Überzeugung, dass es selber an sein Produkt glaubt. Es darf nicht nach außen hin sein schärfster Kritiker sein, weil sonst, wer will das Produkt sonst kaufen, wenn Apple jetzt einräumen würde, ja, das ist noch nicht ausgegoren, dies geht noch nicht und es ist überhaupt schwierig momentan im Mixed-Reality-Umfeld. Das sind wir diejenigen, die von außen uns analysieren, die das feststellen. Trotzdem würde Apple ja per se gut daran tun, wenn sie dieses Explorative, was diesem Produkt inne wohnt, ja schon auch ein Stück weit nach außen dann doch einräumen und es nicht dann eben so verkaufen, als wenn es jetzt schon der Weisheit letzter Schluss ist, so wie das bei anderen Geräten dann der Fall ist, wo man sagen kann, es ist tatsächlich auch schon weiter und ausentwickelter. Und das jetzt aber, was du beschrieben hast, ist ja eher so eine Art, naja, ich möchte fast sagen Lustlosigkeit, die sie selber dann eben dann zur Schau getragen haben, dass man irgendwie so das Gefühl hatte, einerseits nach der WWDC 23, was kam denn da noch nennenswert? Das war ja wirklich so, es kam relativ schnell diese Beta, da war nochmal große Aufregung, dann gab es diese Labs für Developer, wo man aber auch nicht viel Neues gehört hat und ansonsten passierte monatelang nichts und es kam dann irgendwann dann der Punkt, wo gesagt wurde, ja, Anfang Februar ist dann der US-Staat und in der Tat auch das ohne großes Feuerwerk, sondern es war einfach da und dann war auch erstmal wieder Ruhe, auch keine wirkliche Perspektive für den Rest der Welt und naja, so ist dann, so ist das dann, hat sich das dann halt entwickelt. Ja, also Gas geben wäre schon angebracht, glaube ich, einfach um auch die, die, die Außenwahrnehmung da, der Außen, der Außenwelt zu signalisieren, das ist eine Plattform, die uns tatsächlich sehr, sehr, sehr wichtig ist und nicht einfach nur so, okay, das kam jetzt mal irgendwie neu auf den Markt und dann ist es uns eigentlich auch so ein bisschen egal. Das ist also sehr komisch, wenn dieses Bild vermittelt wird nach außen. Wer mehr wissen möchte übrigens, Leo hat ja auch noch einen eigenen Podcast dazu bei Heise, wird ja immer so in Kollegenkreisen mal Leos Sprengstoff-Podcast genannt, TNBT. Ja, das ist ja nicht verkehrt, aber die Themen sind, die konzentrieren sich statt auf Sprengstoff auf die Vision Pro, vielleicht manchmal auch mit Sprengstoff-artigen Themen rund um Mission OS. Aber es sind manchmal auch Knaller-Themen, hörte ich. Explosive Themen. Also, der sei dann empfohlen, wer jetzt gesagt hat, das war hier viel zu kurz und viel zu oberflächlich, diese Betrachtung der Vision Pro im Mac & i Podcast. Aber, und das sei an dieser Stelle natürlich auch erwähnt, es gibt ja auch einen schönen Beitrag jetzt im kommenden Heft von der Mac & i. Ja, wir passen, für das Heft fasse ich auch nochmal zusammen, was wir jetzt da, was der aktuelle Stand ist und was wir gelernt haben halt nach den, nach diesen fünf Monaten mit der, mit der Vision Pro und da kann man auch gerne nochmal reinschauen. Wir werden sicher auch auf Heise Plus, das dann, die Abonnenten können es auch auf Heise Plus sicher lesen und ansonsten natürlich im nächsten Heft, wo es natürlich auch ansonsten um all die neuen Sachen, die Apple jetzt vorgestellt hat, ich meine, 1.18, es gibt so viele Dinge noch, so viele Dinge noch zu besprechen und zu lesen und zu schreiben. Genau. Und wir flankieren das hier dann immer dann im Mac & i Podcast, der dann ja bald dann wiederkommt. Gerne lesen wir natürlich auch Feedback, also wer uns etwas mitteilen möchte, einfach an podcast.macandi.de dann schreiben. Wir freuen uns natürlich, wer uns auf YouTube verfolgt, auch über Likes und Abos hier auf dem Kanal oder auch über Podcast-Rezensionen in Apple Podcasts. Also es gibt viele Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten oder uns dann irgendwelche Nettigkeiten zukommen zu lassen. Da freuen wir uns natürlich drüber. Ja, Leo, dann sage ich herzlichen Dank für den angeriegten Austausch über Division Pro und allen, die uns zugehört und zugeschaut haben, natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Bis dahin. Ciao.